Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es werden Drogen verherrlicht, Verbrechen begangen und bestimmt auch böse Wörter gesagt. Kann man nichts machen, am besten jetzt am besten einfach wegschalten. Drogen sind schlecht, nehmt keine Drogen, auch nicht zum Spaß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei GTARP. Da sind wir wieder zurück mit der Bohne. Der hier im Garten von mit Sicherheit Leuten, die das nicht so geil fanden, dass er hier gepennt hat, geschlafen hat. Schön. Wir sind immer noch mitten im Megaton hier, meine Damen und Herren. Das heißt, der Timer könnte heute, wenn er so bleibt, wie er ist, zu einem verfrühten Ende des RPs führen. Ich warne nur vor, das ist ja das Spiel, auf das wir uns eingelassen haben hier. Aber ich denke, die zwei Stunden, die wir noch haben. Die werden wir so gut füllen, wie es nur geht. Aber zuallererst, natürlich müssen wir Beans Lunge mit diversen Dingen füllen. Aber schön, dass ich die Zigaretten jetzt ja auch ins Portemonnaie eigentlich packen darf, ne. Eine Sache habe ich leider noch nicht geschafft, habe ich vorhin schon erzählt. Ich war noch nicht im Support, wegen der Räder, wegen dem Roller und wegen dem Fahrrad. Aber drauf geschissen. Ist egal, brauchen wir für das RP ja nicht gezwungenermaßen. Ich gucke, dass ich das vielleicht nach dem Stream noch hinkriege. Blöde ist halt, wir streamen halt exakt in der Support-Zeit. Aber ich war nicht mehr sicher, war der Support bis 0 Uhr oder bis 22 Uhr oder wie auch immer. Aber Hitch haut hier mal eine 5... Wow, warte, warte, warte. Warte. Ich furze gerne in der Wanne. Die Modes sind ja hier halb aus dem... Mann, Mann, was ist das denn hier für professioneller Scheiß? Ich furze gerne in der Wanne. Ich furze gerne in der Wanne. So. Ja, ich versuche es einfach nach dem Stream nochmal. Und wenn es nicht klappt, dann halt drauf geschissen. Und schön still auf jeden Fall für 10 Mark. So. Habe ich jetzt was gedreht eigentlich? Da. Ich wollte schon sagen, Mann, ey. Wollt ihr mich verarschen oder was? Schlagen. Achso, ja, habe ich ja gerade schon lange gesagt. So, ähm... Mega. Und er kriegt direkt wieder Durst, Alter. Er kriegt schon wieder Flashbacks. Trink, Trink, Junge, Trink. Schnell. Hau die Scheiße rein. Ja, mir macht mein Husten ein bisschen zu scharf nur mein Hals. Deswegen drücke ich die Daumen, dass das heute alles gut funktioniert. Deswegen verzeiht mir, wenn ich in, ich sag mal, Wartezeit zwischen den RPs nicht in Bienenstimme spreche. Einfach, damit wir im RP länger durchhalten. Aber schauen wir doch einfach mal, was jetzt hier so auf uns wartet. Gut, dass ich meine Ansage von gerade schon wieder komplett verdränge und einfach trotzdem als Bienen spreche, Mann. Wo ist mein scheiß Laufkack hier? So. Starten wir in den Tag. Heute mal wirklich früh. Aber auch lang. Also, wenn der Timer denn mitmacht. Aber das sieht gerade gut aus, weil ihr ballert schön raus. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, sind wir dann jetzt ungefähr von 17 bis 22 Uhr auf die Beine mit Beans. Und, ähm, ich vermute mal, dass so unsere übliche Gang nicht da ist. Aber. Probieren geht über Studieren. Das Scrollen funktioniert immer noch nicht. Das nervt, finde ich, ein bisschen. Aber. Da kann ich, da kann ich mit leben. Ich muss schon wieder husten. I'm sorry. Mein Gott, ey. So. Hallo? Wer ist denn da? Ja, ja, ich bin's, Mann. Ja. Wer ist Ron? Was? Bist du das nicht, Officer Nottingham? Hä? Was ist denn los, Mann? Soll ich wieder auflegen? Ja. Ich bin's. Ja, ich bin's. Ja, setz dich hin. Warum denn? Äh, ähm, ich bin grad high. Auf'n Peck? Was für'n Berg? Wieso soll ich auf'n Berg sein? Nee, ich bin high. Ich bin voll auf Droge grad, Mann. Äh, in Palito, glaub ich. Ich hab irgendwo draußen geschlafen, Mann. Ja. Okay, ich geh jetzt zu Bruno und ich hab da noch was bestellt. Ich muss da was abholen. Ja, ja, bis gleich, bis gleich. Ja, tschüss. Das passt halt so leise. Sorry, das... Hab ich mal geändert. I'm sorry. Wie gesagt, ich hab alles von Streamlabs OBS auf OBS Studio wieder umgesetzt. Und manche Sachen passen noch... Alter, Kanoschi, ey. Kanoschi haut erstmal 25 Subs hier raus. Vielen, vielen Dank. Und Loom auch noch mal 5 hinterher. Da wird jetzt ne ordentliche Furztirade auf uns zukommen. Der LSD-Joke wird immer noch durchgezogen. Very nice. Ja, aber... Jetzt können wir wirklich LSD bekommen. Vielleicht nicht bei Bruno, aber immerhin gibt's jetzt auch LSD. Also ist jetzt nicht mehr so unwahrscheinlich. Ich furze gerne in der Wanne. Ach ja. Vielen, vielen Dank für den Support. Und der Timer freut sich. Ich furze gerne in der Wanne. Irgendwie. Nachdem ich gestern kurz vor Ende versagt habe, will ich nicht wissen, was hier heute kommt. Und ich bin allgemein mal gespannt, was überhaupt kommt, weil... Es muss ja ne Challenge sein, die uns nicht im RP eigentlich stört. Ich furze gerne in der Wanne. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht kommt mir auch gar keine Challenge. Weiß ich ja nicht. Ich steuere das ja nicht ein. Durch die Umstellung geht der Subcounter oben nicht mehr, right? Der Subcounter müsste ja trotzdem noch funktionieren, weil... Sowohl Streamlabs OBS als auch Stream Elements greift im Prinzip auf Twitch zu. Aber der aktualisiert sich immer nach einer Weile. Ach du Scheiße, Mann. Okay, da geh ich bestimmt jetzt nicht hin, Mann. Ich furze gerne in der Wanne. Ich bin ein rechtschaffener Bürger und ich habe nichts Schlimmes im Sinn. Okay, vielleicht sollten wir doch nicht nach LSD fragen, wenn da die Polizei steht. Aber ich glaube, auf RP brauchen wir heute eh nicht lange warten, weil Pascal... Ich bin wirklich froh, dass Pascal da ist. Das ist ja voll geil. Ich furze gerne in der Wanne. Ich glaube, Pascal hat ein bisschen was zu berichten, zumindest den SMS zu beurteilen. Aber ich bin jetzt mal selber gespannt, was ich ihm zu der Kerzengeschichte erzählen werde. Challenge Idee. Bruno dazu bringen, LSD zu verkaufen. Tolle Challenge, ja. Sogar kein PSG dann am Ende. Meine Herren, wird hier wieder gefurzt. Ist der Alert-Bereich eigentlich zu groß oder soll ich den so lassen? Dann könnt ihr auch vielleicht ein bisschen besser lesen, was da drunter und so steht. Ich furze gerne in der Wanne. Ich furze gerne in der Wanne. Jo, Botox, Alter. Botox haut einfach 130 Dollar hier raus, Leute. Ich furze gerne in der Wanne. Oder 129 und Storm... Also das sind so ungerade Beträge, glaube ich, wegen Dollar. Ich furze gerne in der Wanne. Aber ich runde jetzt mal auf. 65 Euro von Stormriders und 130 von Botox, Alter. Ich furze gerne in der Wanne. Vielen, vielen Dank. Ihr habt gerade den Timer auf sieben Stunden wieder hochgepusht. Alter, legt mich am Arsch. Ja. Bedankt euch, Leute, im Chat. Damit ist der heutige Stream komplett... Schlagen! ...drinne. Krass. Vielen, vielen Dank euch. Meine Herren, ihr... Ihr kleinen Schlawiner, ihr... Ihr spielt echt... Also, ihr spielt echt ein heftiges Spiel mit mir, ne? Ja, ihr spielt ein heftiges Spiel mit mir. Wir sind immer so ganz knapp so... So, im letzten Moment fängt mich dann noch einer auf. So, nee, du fällst jetzt nicht... Wir hören jetzt nicht auf. Nee, nee. Ich bin gespannt, wie lange ihr das treibt hier mit mir. Aber das ist ja... That's the game we're playing. Ich find's super. Aber vielleicht kann ich gleich sechs Stunden wieder vom Timer runterziehen, wenn ich die Challenge schaffe. Oder ihr kriegt zwölf Stunden rauf. Das ist die Alternative. Naja. Mal gucken, was überhaupt kommt an Challenge. Ich bin gespannt, ob Pascal mich hier findet. Ich merke aber auf jeden Fall so, mein Alltag ist schon krass eingeschränkt. Also, ich muss schon echt krasses Zeitmanagement betreiben hier aktuell. Ich war natürlich immer noch nicht einkaufen. Weil, warum sollte ich einkaufen gehen? Ich brauche halt kein Lebensmittel. Ich hab gestern, falls ihr nicht zugeguckt habt, hab ich im Stream noch schnell bei Flaschenpost bestellt. Und hab mir dann abends schön Miraculi gegönnt, Alter. Das war heftig nice. Miraculi geht einfach immer. Das war eine Mülltonne, aber ich glaube, da werden wir auch nicht viel. Also ist der Megaton theoretisch unendlich. Wenn ihr bis ins Morgengrauen hier Support da lasst. Theoretisch, ja klar. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir hier regelmäßig da sind und das Ganze refinanziert wird. Das ist ja jetzt kein 24-7-Marathon, den wir machen, wo ich irgendwann abbrechen muss, weil ich sage, ich kann nicht mehr. Sondern ich habe ja klare Regeln definiert, dass wir das ja auf lange Sicht eigentlich machen können. Das heißt, wenn ich einen Termin habe und mal nicht streamen kann, kriege ich jetzt Zeit auf den Timer drauf. Wenn, wie gesagt, ihr kennt die Regeln, ich hab die ja alle. Wenn ihr sie nicht kennt, ausruft, seid ihr ein Megaton im Chat. Jetzt, da steht alles soweit definiert. Und ich sage mal so, wenn mal sich irgendwas ergibt, was ich nicht beachtet habe, dann können wir ja zusammen eine Lösung dafür finden. Und ich sage mal so. Also in meiner, und so war eigentlich meine Planung von vornherein. Ich wollte eigentlich immer so eine Art Grundlevel an Einkommen hier mit dem Stream machen, dass wir quasi eigentlich hauptberuflich Streaming machen und dass ich den Rest, der nicht reinkommt, halt mit Aufträgen aufwiege. Das war eigentlich mein Plan ursprünglich. Und das versuche ich jetzt hier mit dem Megaton im Prinzip mit euch zu realisieren. Wenn das funktioniert, wäre doch geil. Für uns alle. Weil ich will das ja hier auch. Ist ja nicht so, dass ich mich hier zuzwinge. So, erstmal Croissant in die Fresse. Ich würde ja gerne wissen, wie der Timer aussieht, wenn er vorne zweistellig ist. Ja, das müsst ihr wohl dann selber ausfinden. Da kann, das weiß ich nicht, wie es aussieht, wenn die Null da nicht mehr steht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das wäre auch neu für mich. Ich habe ein bisschen Angst, dass Pascal sich jetzt auf dem Weg hierhin irgendwie umbringt, weil er so aufgeregt ist. Ist er das? Was? Was wollen Sie von mir, Mann? Ich bin es doch! Ach so. Das gibt es ja wohl nicht. Ich traue meinen Augen nicht. Warum? Bist du blind? Jetzt wird man nicht gemein, Mensch. Ja, aber warum traust du deinen Augen nicht, Mann? Weißt du, wie lange wir uns nicht gesehen haben? Wie oft ich dir geschrieben habe und du hast dich nie gemeldet. Ja, ich habe den Auftrag versucht auszuführen, Mann. Nicht den Auftrag? Ja, ich habe die Kerzen besorgt und alles. Du hast Kerzen? Ja, die habe ich abgegeben und jetzt habe ich so einen neuen Brief gekriegt. Wo hast du sie abgegeben? Ja, da, wo ich sollte, in den Mülleimer. Aber ich habe das Geld noch gar nicht gekriegt, Mann. Ja, da stand doch drin, dass... Wie war das noch mal? Das ist so lange her. In meinem Brief stand ja nur drin, dass ich etwas entgegennehmen soll. Ah. Also, wie war denn das jetzt noch mal? Keine Ahnung, Mann. 4.000 Dollar? Nein, wie war das? Also, was müssen wir machen eigentlich noch mal? Das ist so lange her. Ja, ich sollte nur die Kerzen abgeben und dann solltest du mir Geld geben. Ja, aber wo? In die Hand. Ja, aber ich habe sie ja nicht in der Hand, die Kerzen. Ja, ich ja auch nicht mehr. Ich habe sie abgegeben. Aber du hast sie da in die Mülltonne geschmissen? Ja. Ja, wann denn? Ja, weiß ich nicht. Vor drei Wochen? Wieso sagst du mir denn nicht Bescheid? Ja, das stand da nicht. Die Mülltonne wurde doch bestimmt schon entleert seitdem. Ja, das ist doch nicht meine Schuld, Mann. Ich habe da meinen Auftrag erfüllt. Was machen wir hier dazu? Bitte einfach weiterfahren. Du wolltest doch gehen. Ja, ich bin hier extra nicht hingelaufen, weil ich gesehen habe, dass hier... Okay, danke. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss dir so viel erzählen. Es ist unglaublich, was hier alles passiert. Ja, erzähl doch mal, was denn? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vorne am besten. Hast du meine Nachrichten gelesen? Ähm, was? Was für Nachrichten? Ich, also ich... Lies doch mal meine... Ich liess die Zeitung nicht, Mann. Nein, meine... Meine... Ja, Texte an dich. Nee, was denn? Lies das noch mal. Was für... Was denn für Texte? Hast du mir Liebesbriefe geschrieben, oder was, Mann? Eine SMS habe ich... Also, ganz viele. Ach du Scheiße, guck ich doch nie rein. Ja, deswegen, guck jetzt. Aha. Ach du Scheiße, wie viel hast du mir denn geschrieben, Mann? Ja, richtig viel. Weißt du, was hier alles los ist? Okay. Hallo, Beans. Wir müssen dringend reden. Es sind Dinge geschehen, die sich kein... Die sich ein Mensch nicht vorstellen kann. Du hattest mit allem recht. Ja, ich weiß. Wo bist du nur? Ich hoffe, dir geht es gut. Frohes neues Jahr. Liebe Grüße, Officer Nottingham. Das war doch schon... Das war doch schon viel zu lange her. Hallo, Beans. Du musst am Tag diesen Foto zurückgeschrieben hast das letzte Mal. Ich habe zurückgeschrieben? Ja. Ah, ja, hier. Ich komme. Oh. Und ab da. Dann schreibst du mir denn sowas. Da bin ich doch auf dem Weg gewesen, um dich da rauszuholen. Ach so. Hallo, Captain Canada. Ich habe hier... Her... Herische. Was sind denn Herische? Sind das so Fische? Herrliche. Neuigkeiten? Melde dich doch gerne bei mir, wenn du Zeit hast. Liebe Grüße, Officer Nottingham. Ich habe jetzt Zeit. Herrliche Neuigkeiten. Was kann denn das nur gewesen sein? Hier ist gar nichts mehr ehrlich. Dies weiter. Hä? Ich verstehe nicht, was du... Ich soll das doch lesen, oder nicht? Was ist für Neuigkeiten denn? Dies weiter. Dies weiter. Okay. Du Drecksau, hast ja fast mein ganzes Mahavi weggenommen. Was für... Hä? Was? Das war damals. Da waren wir doch bei mir zu Hause. Ich habe dir kein Mahavi geklaut. Nee. Sehe ich aus wie ein Dieb, oder was, Mann? Ja, irgendwer hat das weggenommen. Es ist auf jeden Fall weg. Ja, ich war es nicht, Mann. Ist ja auch egal mittlerweile. Ja, aber du sagst einfach Drecksau zu mir. Das ist voll unfreundlich, Mann. Da war ich doch selber total auf Mahavi, Mensch. Das tut mir leid. Ja, aber das ist voll unentspannt von dir. Ja, beruhig dich doch mal wieder, ey. Ja, ich habe mich doch beruhigt. Es tut mir leid. Okay. Es ist ewig lange her, aber da war ich selber auf Mahavi. Und ich wollte gerne noch mehr Mahavi. Und dann war ich traurig. Na gut. Hallo, Captain Canada. Ich hoffe, dir geht es gut. Hast du mal wieder was von diesem MM gehört? Ich habe noch keine weiteren Informationen. Liebe Grüße, Officer Nottingham. Ja, habe ich nicht... Also, ich habe einen Zettel gekriegt. Ja, nein. Ja. Was steht da drin? Ähm. Ich muss kurz gucken, welche das war. Hier. Hallo, Agent B. Sie haben den Auftrag erfolgreich ausgeführt. Ich habe die Kerzen erhalten und ON darüber informiert. Ja, zeig mal. Holen Sie das Geld bei ON ab. Ich werde mich wieder melden. Gute Arbeit. Ja, zeig mal, zeig mal. Vielleicht kann ich da ja was entschlüsseln. Ey, du fährst doch gerade. Dann fahr wenigstens rechts ran. Du wirst so wahnsinnig. Ja, machen wir doch gleich. Du weißt doch, wie viel Verkehr hier um die Uhrzeit ist, Mann. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber soll ich das jetzt trotzdem zeigen? Ja, du kannst ja da vorne hinlegen oder so. Okay, aber fahr vorsichtig, okay? Ich will nicht... Ich will echt nicht draufgehen. Hier. Das ist ja eine ganz andere Schrift. Wieso? Das habe ich vorbereitet. Er ist schon eine andere Handschrift und... Ja, da sind ein paar Rechtschreibfehler drin. Und dieser M.M., der hat mir eigentlich immer sehr förmlich geschrieben. Ja, aber die füllen uns jetzt nur an der Nase rum, Mann. Ich weiß nicht, also... Dienst. Ja? Ich bin immer ehrlich mit dir gewesen. Ja? Bist du auch ehrlich mit mir? Es geht... Dienst, du musst verstehen. Es geht um Leben und Tod. Das sind doch nur Kerzen. Aber natürlich bin ich ehrlich mit dir. Warum sollte ich lügen? Ich habe keinen Brief bekommen. Ja, dann lügt der ja, wer auch immer M&Ms ist hier. Ja, ich weiß nicht. Weil mein aktueller Stand ist, es gibt noch keine Kerzen in der Stadt. Ja, ich war ja auch in Hawaii wieder, Mann. Hast du da welche mitgebracht worden? Ja, ich kannte... Ich kenne da einen Kerzenschöpfer in Hawaii. Den habe ich kennengelernt, als ich weg war damals. Deswegen war ich so lange unterwegs, Mann. Okay. Halt dich fest. Ich habe keine Lust mehr, bei der gerade auszufahren. Ah, Vorsicht! Mann, was machst du hier? Ich habe doch gesagt, lese den Zettel nicht. Du bist ja total aus der Kontrolle geraten, Mann. Ja, 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 alles gut. Wir müssen in die andere Richtung. Hast du jetzt gelesen? Kann ich den wieder wegtun? Kannst du wegtun. Okay. Soll ich jetzt nicht SMS weiterlesen? Oder erzählst du mir jetzt ernst? Ja, die ist weiter. Die ist weiter. Wo war ich denn jetzt? Okay. Ähm. Du Drecksau hast ja fast mein ganzes Hab... Hab ich doch schon. Achso. Du hast mich schon wieder beleidigt. Nein. Ähm. Captain Canada, es sind wieder schreckliche Dinge passiert. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich brauche deine Hilfe. Liebe Grüße, Officer Nottingham. Ja, und was ist passiert? Wir weiterlesen. Oh. Hast du eigentlich auch so Probleme, dass dein Handy nicht so reagiert, wie du willst? Ja, ich dachte, es liegt daran. Ich habe gerade die Kirche da im Hof gefegt und alles. Meine Hände sind schmutzig. Ich dachte, es liegt daran. Ja. Ich habe auch gerade geraucht. Vielleicht liegt es daran. Naja, egal. Ähm. Hallo, Captain Canada. Ich hoffe, dir geht es gut. Hast du mal wieder was von diesem MM gehört? Da war ich doch schon. Du musst runter scrollen. Ach so. Captain Canada, es sind schreckliche Dinge passiert. Ich halte das nicht mehr aus. Ja schon, weiter. Ich weiß, wo war ich denn? Ja, das war die letzte. Jetzt musst du eine weiter runter gehen. Ich muss dringend mit dir reden. Bitte melde dich doch, Officer Nottingham. Kannst du jetzt mir mal erklären, warum ich das alles vorlesen soll? Wir sitzen doch nebeneinander, Mann. Es ist doch 100 Jahre her. Ich muss doch selber erst mal wieder überlegen, was ich da alles geschrieben habe. Und dann kommt, ich brauche dich. Mein Leben hängt am seidenen Faden. Ja. Bitte hilf mir doch. Ja. Und dann, äh, Captain Canada, die Lage wächst mir langsam über den Kopf. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Bitte melde dich. Also, ich will dir ja wirklich nichts vorwerfen, ne? Aber die letzten 10 Minuten haben uns kein Stück weitergebracht, Mann. Ja, weil du immer wieder von vorne angefangen hast. Ja, egal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt wieder, worum es geht. Aber wenn dein... Hä? Warum hast du vergessen, warum dein Leben am seidenen Haden... Ja, ich wusste nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ach so. Ja, was ist denn? Ja. Was soll ich sagen? Es ist alles, was wir jetzt miteinander besprechen. Wie immer. Ja, eigentlich. Aber jetzt wirklich umso mehr. Das darfst du auf gar keinen Fall irgendwem erzählen. Auf jeden Fall soll ich das schon erzählen? Da weiß ich nicht. Ja, sag doch jetzt, Mann. Bist du tot? Hallo? Nein. Das muss ich nämlich wissen, weil... Weil wenn du tot bist, dann... Muss ich selber fahren. Weißt du ja, glaube ich, noch nicht mal, dass ich überhaupt bei... Nö, das Taxi gekündigt habe mittlerweile, oder? Äh, nö. Aber ich glaube, da haben alle gekündigt, weil ich versuch da seit Tagen... Mal in die Stadt zu kommen. Und keiner geht dran. Ja, nee, da arbeiten noch genug, aber... Ja, ich habe da gekündigt. Und zwar... Hatte das eigentlich Zeitgründe. Aha. Ich habe ja jetzt meinen Verein. Aha. Ich habe das welchsten Social Center, die Kirche... Aha. Deine Sekte. Das ist keine Sekte, Mensch. Ja, okay. Na ja, auf jeden Fall. Bringst du mich jetzt um? Nein. Ich habe dein mal Habi nicht geklaut, Mann. Ach, warte. Hör auf. Das ist, als würde... Du kennst mich doch. Ah, hier. Oh. Noch eine Kirche. Ja, ja. Hier haben wir ein bisschen Ruhe. Gehen wir beten? Soll ich aussteigen? Ja, ja. Ja, komm mit. Wie siehst du überhaupt aus? Ah, ich habe gerade den Garten gemacht. Ach, so. Ich habe echt Angst, was jetzt passiert. Der begräbt mich lebendig oder so wahrscheinlich. Ich habe es immer geahnt. Der Mann ist wahnsinnig geworden. Der kommt doch immer mal nicht mit der Sprache raus. Wo rennt der denn da jetzt hin? Oh. du bist ja ganz schön auf zack machen ich bin aufgeregt so was ist denn jetzt also ich habe bei das taxi gekündigt und naja diese kündigung die hatte eigentlich hauptsächlich zeitgründe aber sie hat noch viele andere gründe und die will ich dir jetzt erzählen ja du weißt doch noch wie das ist damals gewesen mit mit harald barbara jonathan und du hast immer gesagt das ist schreckliche leute sind und dass man da vorsichtig sein muss ja und im fall von jonathan und barbara hat sich ja bereits herausgestellt dass du recht hattest ja aber ich jetzt auch im fall von harald okay warum pass auf lahmi war die letzten zehn monate mein bester freund das nehme ich mal jetzt nicht als beleidigung auf okay naja also ich habe jeden tag was mit ihm unternommen und wir haben uns auch geschworen dass wir uns jederzeit den rücken stärken jederzeit ehrlich zu ändern dass vielleicht hat er das mal habe geklaut man das glaubt mir mal naja auf jeden fall an dem tag meiner kündigung habe ich einen termin mit damit ausgemacht bin dazu er das taxi hingefahren und wollte ihm erklären warum ich kündige weil ich die zeit einfach nicht mehr habe aber in wahrheit hatte das eben andere gründe auf jeden fall bei diesem gespräch meiner kündigung hat harald mir ins gesicht geschlagen einfach so aber ist meine lieblingsbrille kaputt gegangen ich hatte schmerzen meine nase hat geblutet und katie ist daraufhin dazwischen gegangen hat ihn weggeschubst und dann sind harald und noch ein dritter dessen namen mir gar nicht mehr einfällt so lange auf katie eingeprügelt bis sie ohnmächtig am boden lag das ganze gesicht voller blut du scheiße warum das denn man ja das frage ich mich bis heute und dann habe ich halt versucht den krankenwagen zu rufen aber dagegen keiner ran dann habe ich versucht die feuerwehr zu rufen ging auch keiner ran weil irgendwie musste ich ja rufen um erste hilfe herzubekommen ja 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 und dann blieb eigentlich nur noch das polizei department hatte lami mir sogar gesagt ich soll das an und die sind dann gekommen aber weil es ja nun mal auch die polizisten sind wollten sie natürlich auch wissen was vorgefallen ist haben die mich gefragt um mich ging es ja hauptsächlich harald hat mich gehauen dann haben sie katie verhauen harald stand vor der polizei mit lami zusammen und hat gesagt geht dies ausgerassen wird einfach wild um sich geschlagen habe ich gesagt das stimmt doch überhaupt gar nicht harald du hast doch mich geschlagen und dann stand sogar lami daneben vor den ganzen polizisten und erinnert sich an den spur den wir gemacht haben und er sagte pascal warum lügst du hier so rum damit ist er mir nicht nur in den rücken gefallen sondern damit hat sich auch alles bestätigt was alle leute immer über ihn sagen verkauft ich bei der ersten gelegenheit okay habe ich gekündigt natürlich und katie dann auch und jetzt geht das los das war der anfang vom rattenschwanz naja du händest dich wahrscheinlich ich habe mal über einen freund von mir erzählt er heißt gordo ja ja sein ein passiv wohnung suchender mensch der der idee vom stadtpark wohnt hat er seine kleine gasse wissen absolut lieber mensch ja er tut keiner fliege was zu leiden ok und das ist jetzt eine information die sehr sehr wichtig dass sie bei dir bleibt ich will nur dass du das gesamte bild verstehst ja harald und lami immer wenn lami alleine ist es ja ganz nett ja aber sobald harald dabei ist es haben hier ein arschloch und harald und lami zusammen haben mal den gordo entführt haben ihn zu den ölfeldern gebracht und wollten ihn umbringen warum ja keine ahnung also doch ich weiß es schon aber ich finde es absolut nicht gerechtfertigt harald hat am stadtpark wohl mal gordo beleidigt und hat ihm gesagt er sei ein ekelhafter obdachloser und also was hat harald ihn halt gehauen und daraufhin hat gordo sich gerecht das war zu weihnachten noch und hat die weihnachtsbaum geklaut von der das taxi was ich jetzt nicht so schlimm finde das ist ein kleiner dober deko baum ja schlimmeres daraufhin haben sie ihn entführt und wollten ihn umbringen wo ist da die rechtfertigung frage ich dich ja das weiß ich doch nicht ich kenne die ja nicht so gut man richtig und ich kenne die sehr gut und ich weiß es trotzdem nicht naja auf jeden fall wichtig an dieser information sie haben ihn auf die ölfelder gebracht und letztens stand harald vor katie hat gesagt wenn sie noch einmal das maul aufmacht machen wir machen die ein aus für die zu den ölfeldern hat okay ja gut dann würde ich sagen machen wir die fertig oder ich habe meiner frau mit mord gedroht wo finden wir die jetzt ich weiß es nicht ich vermeide den kontakt mit denen aber pass auf es geht noch weiter konnte ich noch mal die waffe wechsel ich habe es noch weiter es hat sich jemand bei der kirche beworben und dieser jemand den kannte ich nicht ich habe mich gefreut dass wir einen weiteren mitarbeiter haben ich glaube ein maus der ersten tag obwohl er im urlaub gemeldet war zwei wochen wäre noch urlaub gewesen aber er kam zu meiner messe und hat sich hinterher mit katie und mir unterhalten auf dem hof standen einige die also fremde menschen die ich auch nicht kannte die schlechte erfahrung geteilt haben von der das taxi zwar ein zufall ja und dann sagte dieser herr ach mensch sie beide haben doch auch mal bei als taxi gearbeitet dann hat er uns ganz ganz gezielt ausgefragt nach er das taxi und am selben abend kam eine nachricht von lami ich lese sie dir vor war mein handy er hat geschrieben melde dich ich würde gern mit dir reden habe ich gesagt ich melde mich wenn wir fertig sind weil messe und so zwei stunden später hat er geschrieben nie wieder werde ich mit dir reden du arschloch bleib aus meinem leben fern was ist damit ich richtig mann ich weiß es nicht dabei habe ich noch nicht mal irgendwas schlechtes das mache ich bis heute nicht bis heute habe ich immer wenn mich jemand fragt was ich zu er des taxis aber sag ich immer noch gut ist weil da sind zwei drei leute die wirklich schrecklich sind aber der rest der menschen dort die sind angewiesen auf ihren job das sind tolle leute warum sollte ich dass er das taxi was passiert also ich bin fest überzeugt dass irgendwie die regierung drin steckt und die die wollen nicht loswerden weil du zuviel weiß oder so man weiß was ich glaube ich glaube da steckt mehr als nur die regierung hinter wer denn noch die aliens nein aber vielleicht leute die im hintergrund agieren und die regierung vielleicht auch irgendwo steuern ja du meinst es gibt leute die die regierung steuern ja aber sind die dann nicht die regierung die inoffizielle die keiner kennt ja du meinst die regierung regierung ach du scheiße man und wienzig das ist jetzt eine information die habe ich zehn monate mit mir rumgetragen habe sie niemals jemandem erzählt dass die regierung hinter der regierung steckt nein nein das was jetzt kommt und das ist eine information die habe ich bewusst zehn monate für mich behalten weil sie sehr sehr gefährlich ist aber ich sage mal so ich will nur dass wenn du sagst du du möchtest mir in der sache helfen dann bin ich auch dass du das gesamtbild verstehst und weiß worauf du dich einlässt ja das taxi ist nicht nur das taxi das taxi wird gedeckt von wesentlich mächtigeren leuten sag ich doch die ganze zeit man ich meine nicht die regierung die regierung regierung ja und warum er das taxi also warum ich sage mir das taxi aber ich meine jetzt labi und harald ja warum die sich so viel rausnehmen ist weil sie ganz genau wissen dass sie da einen schutz genießen ein gewissen okay hier halt mal mein joint ja danke ich würde sagen haben wir mal ein paar leuten aufs maul oder nicht ich hab die faxen dicke man ey ich hab keinen bock mehr hier mit so mit so einer scheiße mir rumzuschlagen der krieg die können jetzt einfach aufs maul und fertig ja du musst verstehen bis wenn wenn das passiert wenn die zurückschlagen und momentan ist das noch ein kampf den wenig gewinnen können ja aber was toll auf die was also ich habe schon schlimmer geschlafen als auf den ölfeldern man ja und das ist nicht mal die bedrohung von der ich spreche bedrohung ist viel größer viel tiefgreifender viel gefährlicher wir haben von wovon redest du dann erwartet das ist meine chef wird ich muss kurz ran gehen sonst meckert sie wieder gleich da klasse ja ja petrus petro hieß er doch oder der ist auch im dienst hat er gesagt 19 uhr das könnte tatsächlich etwas schwierig werden ich da schon bitte laszose it's them good damn lizard people ja alles klar okay ich versuche es mal aber ich kann es leider noch nicht versprechen weil ich habe nachher noch ein termin mit meinem anwalt deswegen ja muss ich mal schauen alles klar denn ja ich melde mich ja du hast die leitstelle oder soll ich die nehmen alles klar bis später haley tschuldige bitte bin ich dann anwalt ich habe tatsächlich nachher ein termin mit dem unternehmensberater mein anwalt weil deswegen dem das rehabilitationscenter ja okay ist ja auch erst mal egal auf jeden fall ins das ist jetzt eine sache die ist wirklich sehr sehr gefährlich okay wirklich sehr gefährlich und einfach nur hingehen und jemanden du sagst aufs maul hauen das bringt nichts das bringt nur uns viel mehr in gefahr ja aber die haben dann aufs maul gekriegt ja was machen die dann ja wahrscheinlich schmerzen haben sagen wir mal vielleicht eine woche später keine ahnung die wunden verheilen werden sich rechen bis und zwar auf eine art wenig gegen ausrichten können weil es nicht nur die beiden sind ja weil sie diesen schutzmantel haben was willst du denn dann machen ich habe in der zeit wo wir uns nicht gesehen haben habe ich mit diversen leuten gesprochen ich habe jetzt ein paar informationen in der stadt verteilt wo ich mich selbst sehr stark mit den gefahr bringen aber ich habe halt ein sehr starken joker in der hinterhand okay ich habe mich im endeffekt jetzt selbst ausgeliefert an leute sehr gefährlich sind und ich warte jetzt nur darauf dass diese leute auf mich zukommt dann ist es sehr sehr wichtig in diese sache dass die auf mich zukommen und nicht ich auf die aber ich weiß nämlich wer die sind heißen und wo sie sind aber ich kenne mich nicht ich dachte die regierung regierung ist das was wir niederschlagen wollen und jetzt arbeitest du mit denen zusammen oder was ich arbeite nicht mit dem zusammen aber ich habe etwas in der hand das vielleicht diesen schutzmantel auflöst ja wenn die die information bekommen die ich habe dann werden die diesen schutzmantel welt des taxis mit sicherheit wegstecken und dieser schulmann aufgelöst ist dann dann können wir das machen was du vielleicht für richtig ist aber das muss in der zwischenzeit erstmal passieren sonst sind wir in gefahr ok dann los geht's geben wir schutzmäntel auf würde ich sagen ja das ist das problem ich warte momentan darauf dass die auf mich zukommen ja es würde alles kaputt machen würde ich nämlich auf die zukommen dann würde ich ja im endeffekt was von denen wollen und dann stehe ich wieder in der schuld aber so wie ich das jetzt gedreht habe wird die monate sieht es aus als würden die einfach nur etwas von mir wollen und für die information sogar dankbar sein aber wie kann ich dir da jetzt bei helfen ja das meine ich ja momentan leider nicht deswegen wollte ich es dir sagen weil wenn wir jetzt einen falschen schritt machen dann geht alles kaputt und dann ist nicht nur katie in gefahr sondern vielleicht auch wir ja das wäre schlecht das wäre sehr sehr schlecht sehr schlecht und ich muss dir sagen ich habe einen herren kennengelernt ja ich dachte du bist mit katie zusammen ich habe ich habe erkommen ich habe ihn jetzt nicht so kennengelernt ich habe ihn kennengelernt weil ich habe ihnen geholfen damals eine wohnung zu finden ich habe ihnen geholfen einen job zu finden ich habe ihnen geholfen dass er ein auto bekommt dafür hilft er mir und wer ist das mein name ist kezaja was ist das für ein beschissener name man wieso beschissen ich finde den namen ganz ehrlich kezaja kezaja auf jeden fall der kezaja ist ein mann der mir sehr viel hilft und ich finde du musst ihn kennenlernen er ist momentan noch nicht im dienst aber es ist wirklich wichtig dass ihr euch kennen lernt und ich kann dir jetzt schon mal sagen der kezaja ist jemand er hat das herz am rechten fleck ich vertraue ihm sehr er hat mir den ding bereits geholfen aber eine vorwarnung erschreck dich nicht wenn er wenn er hallo sagt ja ich habe eine frage dazu kurz ja ich muss aber nicht nackt sein oder so oder warum oder ist er nackt dabei ich weiß nicht will ich will ich in so eine schräge geschichte damit reingezogen werden man so ein was guckst du danach bist du dir nicht sicher nein ich schreibe dir was auf danke käse eier das macht es nicht besser ehrlich gesagt man nein da oben kese ja aber es wird halt ausgesprochen wie kese ja ich wurde gern in der wand aber nicht kese ja das ist ja ferkelig ja aber käse eier ist jetzt nicht weniger schlimm finde ich persönlich also dann doch lieber käse eier wenn ich ehrlich bin man sich fast jeden morgen ist ich ein schönes spiegelei mit käse ja ich denke eher weniger ein spiegelei wenn ich käse eier lese man das klingt als würde er sich nicht waschen das ist ja voll widerlich das liegt doch nur daran dass du immer irgendwelche haarigen eier aus milton fisch ja und jeder andere denkt nicht so werkelig ja die die leben halt nicht das leben sie ich mann ja da gebe ich dir recht naja auf jeden fall wie gesagt ihr solltet euch kennenlernen und ich bin auch der meinung der gordo ja ja in gordo wurden morddrohungen gebracht der freundin von gordo das ist die luzi sie wurde bedroht von harald und auch die abuela flacker gehören alle drei zusammen ja die wohnen da in ihrer gasse und harald und lami klauen den scheinbar dauernd alles und bedrohen die ich habe denen gesagt weil die wollten sich rächen ich habe den gesagt lass das mal sein ich kümmere mich darum okay aber ich finde es vielleicht wichtig dass wir uns alle mal zusammen treffen wer sei ja du ich gordo okay ja können wir machen weil wir sind momentan ich weiß du und ich bin es wir sind immer zusammen unterwegs wir sind ein team wir sind wir sind auch für sundattingham und captain kanada ja mann aber ich glaube wir lassen uns hier gerade auf eine sache ein die wir zu zweit nicht unbedingt lösen können wir müssen unser boot ausbauen und eine eine crew engagieren und ich glaube die leute dafür habe ich gefunden aber ihr müsst euch kennenlernen ja das finde ich gut aber wir brauchen auch alle ganz heftige waffen mann wir müssen richtig rumpallern und so ja ich verabscheue immer noch gewalt aber ja ich mache das schon für dich ich mache dann doppelt so viel gewalt okay ist als partner der kirche sag ich dir jetzt einfach mal auge um auge zahn um zahn ja und so weiter mit den zehn auch genau die kriegen richtig auf die schnauze man die werden das bereuen was sie mit natasha gemacht haben und was sie mit katie gemacht haben und das ist dieser ein typ von dem ich den namen über vergesse der bestimmt auch richtig ärger mit denen gekriegt und so wie meinst du keine ahnung der eine da wie heißt er frederick oder so ich keine ahnung hätte ich denke ja oder bestimmt ja keine ahnung auf jeden fall will ich nur weiß ich bin hier eine sache verwickelt die sehr groß ist und ich will nur mit dir sein dass du auch eben das gesamtbild verstehst ja ich habe es nicht ganz verstanden aber es reicht schon irgendwie okay auf jeden fall diskretion ist jetzt von höchster priorität ich habe mich zum beispiel mit gordo wir treffen uns gar nicht mehr an orten wo leute sehen können dass wir uns kennen ja das weiß niemand dass wir uns kennen und weil sie mir sollte es genauso sein das kann er weiß dass wir uns kennen ja es wäre vielleicht gut wenn die leute jetzt nicht unbedingt wissen dass wir viel miteinander zu tun haben kehren soll ich einfach dass du ein dummes arschloch bis wenn die leute fragen wer du bist ja und dann ja das kannst du natürlich machen aber auch keiner mehr als die fragen warum ich ein arschloch sein soll dann sagst du einfach weil die kirche nicht magst also ich sag einfach du hast mich beklaut und dann hast du das darfst du gesagt ich soll deine haarigen eier küssen und so nein das darfst du dich machen sonst denken die ja auch ich bin böse also ich doch das soll nicht denken nein das sollte eben nicht denken soll ich erzählen dass du jemand umgebracht hast nein auf gar keinen fall hättest du voll den krassen ruf und so bestehst du was gerade mein großer vorteil ist dieser ganzen sache der große vorteil den ich genieße ist dass ich seit elf monaten hier unterwegs bin arbeite beim felsen social center ich bin pater der kirche alle kennen mich nur als und keiner erwartet und das ist sehr wichtig momentan okay ja das macht auch sinn wenn du sektenführer werden willst dass die leute denken du bist ein guter mensch und so ach mensch du weißt doch dass mir das weh tut warum tut dir das weh ist doch voll cool ich bin doch kein sektenführer ja noch nicht aber das kriegen wir irgendwie hin man schau mal hier dieses haus es steht ja nah bei der kirche ja da spare ich gerade drauf hin das will ich mir kaufen aber hier wo sind wir hier überhaupt hier ist ja nur wüste warum steht hier überhaupt eine kirche man ja du erkennst scheinbar die vorteile also sollen die leute nicht in die kirche gehen auch in die kirche können sie gerne gehen aber wenn wir in die kirche gehen wollen und ungestört sind das ist doch ideal oder nicht also ich habe jetzt eher weniger lust in die kirche zu gehen wenn ich ehrlich bin aber beispielsweise da wo wir uns gerade unterhalten haben hast ja gesehen hier ist nicht viel los ja stimmt aber dann können wir auch im palito bay bleiben weil da ist auch nix los ja da ist mittags schon ordentlich was los hast du gesehen was die polizei da gerade alles gemacht hat ja und der ganze verkehr ich weiß es war nur ein witz man naja deswegen so jetzt zeige ich dir aber etwas das habe ich gestern entdeckt und ich finde ich habe dir jetzt alles gesagt was ich weiß ja ich vertraue dir dass du das mit diskussion behandelt weil du in der vergangenheit auch immer ähnlich zu mir warst ja außer vielleicht in einer sache die ich vermute was aber nicht so schlimm ist willst du mir jetzt eine lüge unterstellen oder was heißt das ja die zeit doch einfach bitte ehrlich zu mir ja ich kriege auch von gordo manchmal briefe und gordo schreibt auf eine gewisse art und weise ich glaube dieser mm wer auch immer das sein mag schreibt so nicht glaubst du dass gordo mm ist nein das genaue gegenteil ich bin mir sicher dass er es nicht ist weil er so nicht schreiben kann meinst du der hat den brief geschrieben den letzten oder was das glaube ich nicht er weiß ja von der sache gar nichts ja das denkst du ja das denke ich aber gordo schreibt noch mal ein bisschen anders ich kenne seine handschrift er ist ja auch egal wie gesagt ich bin dir da ich verstehe jetzt nicht worauf du ihn aus willst willst du sagen ich habe den brief selber geschrieben oder was um ehrlich zu sein denke ich das ja das ist was hätte ich denn davon mann du willst das geld haben ja natürlich will ich das geld haben weil ich die scheiß kerzen abgeliefert hab mann du vertraust mir nicht oder doch das sage ich doch gerade nein du vertraust mir nicht ich spüre das denkst du wenn ich dir nicht vertrauen würde hätte ich dir das eben alles erzählt das weiß niemand ja ich weiß nicht vielleicht ist das ein test oder so ich weiß doch auch nicht wer mm ist auf einmal liegen vor meinem zelt was nur du kennst plötzlich briefe mann ich könnte genauso behaupten du bist mm aber das macht keinen sinn weil wofür willst du verdammte kerzen haben da kannst du mich auch einfach fragen mann ja eben einfach selber kaufen theoretisch aber hat sich herausgestellt es gibt keine mehr ja das scheint wohl hier irgendwie sowas wie im knast zu sein so ist mehr wert als gold vielleicht mit meinem verein sind wir auf jeden fall gerade daran wir haben schon über 4000 dollar spenden eingenommen die machen gerade also im juli findet ein benefit konzert statt zur rettung der bieten das verbieten körper aufstellen können dass es wieder kerzenwachs gibt und das ist dann wieder kerzen könnt ihr auch mal ein event machen für die rettung des biens das bin ich ja ich weiß ich konnte geldgut gebrauchen was machen wir hier ist hier noch eine kirche nein 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 möchtest du was essen oder trinken gerade nicht ich habe noch damit ich habe den goldenen pfad der pilgerung gefunden und ein wenig jetzt erleuchtet oder was sowas in der art guck dich mal um hier schön und jetzt erinnerst du dich noch damals als wir gemeinsam losgefahren sind wo du mir beigebracht hast dass menschen vieles wegschmeißen und dass man viele schätze findet ne guck dir mal wie viele mülltonnen hier stehen beans drei es kommt mit sechs es ist da was drin ja vielleicht springt er jetzt ein affe raus oder so erschrecke ich mich jetzt nein ich hab doch selber gerade reingeguckt ich glaube ich habe eine stelle in der stadt gefunden die nicht so häufig bearbeitet wird von der müllabfuhr das ist gut man aber das ist verdammt weit weg von von meinem zu hause du hast doch mein roller ja ich hab ich hab deinen roller ja wo ist der überhaupt ja wo ist der überhaupt ist nicht dein ernst hä hast du den roller verloren nein ich weiß wo der ist also glaube ich zumindest dass ich das weiß und wo denn ich glaub der wurde abgeschleppt als ich auf hawaii war ach so ja dann ist doch alles gut ja also vielleicht ich weiß nicht ja gucken wir gleich mal aber erstmal muss ich dir das hier zeigen da freue ich mich schon so lange dir das zu zeigen die anderen mülltonnen ja ist es so wir machen mal hier eine ok übrigens ich bin jetzt richtig ein wichtiger bürger dieser stadtmann ja ich weiß woher naja du warst schon immer ein sehr wichtiger mensch für mich ja aber nicht für die stadt und wieso ich weiß nicht die finde ich alle kacke ja aber hä worauf willst du hinaus naja die haben mich die haben mich gestern haben die mich äh nicht gestern letzte tage haben die mich mit einem helikopter haben die mich ähm gesucht und dann haben die mich äh versorgt aber ich hatte halt nur ein bisschen Durst man mit dem helikopter ja aber ich durfte nicht mitfliegen die dumme Arschlöcher man obwohl ich ne helikopter führerschein hab was ne helikopter führerschein ja ist ja unglaublich ja und wir fangen hier vorne an dann gehen wir hier rein dann müssen wir nicht hin und her laufen ok ja die sind alle leer die sind leer ok da hinten ist noch eine bei sogar boah der Bus geht mir so auf den Sack sorry Leute ich drücke auch immer die falsche Taste ich mute mich jetzt am besten komplett immer ja auch nicht so viel dann gehen wir da hinten weiter ja also bisher bin ich jetzt noch nicht so krass beeindruckt aber naja es geht eher ums Prinzip hast du gesehen die Verbandskästen da waren einige die sind Mitte 22 abgelaufen ja das heißt diese Müllturm werden nicht entleert oder die Leute haben echt lange ihren scheiß Verbandskasten behalten man so viele davon ja ich weiß ja nicht also wir haben gestern hier ganz schön viel gefunden ja ich muss mal zwischendurch gucken vielleicht ist hier noch was ja selbst wenn jetzt unbedingt nichts ist also ich wollte es dir nur zeigen ja danke man ich weiß nicht ob ich das wieder finde aber ich behalte es mal im Hinterkopf ist da was drin leider nicht ja da auch nicht naja wir können ja die alte Pizza essen die bestimmt da schon vier Jahre drin liegt die sieht tatsächlich noch relativ frisch aus da hinten geht es aber weiter hier könnte man richtig gut eine Barrikade aufbauen man aber für was oh Krieg gegen die Regierung Regierung zum Beispiel tja also ich bin ganz ehrlich ich glaube hier läuft keiner so was weit rein um was weg zu werfen man ja das habe ich nämlich auch gedacht irgendwo war hier eine Mülltonne die habe ich gestern sogar noch überprüft ich war bis zum Rand voll mit Essen und Trinken und alles in Plastik eingewickelt das war alles noch gut ohr ant욧 für noch eine Tonne wo Waffen drin sind Ei, ei, ei So, auf jeden Fall gleich nochmal irgendwie einen Tee machen oder so Oh, und wir machen heute zwischendurch eine halbe Stunde Pause, habe ich mir vorgenommen Ich hoffe, ich denke da dran Einfach um meiner Stimme kurz eine Auszeit zu gönnen und in der Zeit was zu schnabulieren Wird nicht vom Timer abgezogen, aber Die beiden waren es Und die sind voll Okay Oh Schick Ja, schau mal, das ist noch gar nicht abgelaufen Okay, ich habe mein Bier leer gemacht Okay, ich habe mir mal so ein paar von diesen Was ist denn? Cherry Bomb? Ist das Kirschnaft oder was? Ja, genau Ja, probiere ich mal Ich hoffe, das schmeckt nicht so widerlich Wie diese scheiß Brause, die hier überall im Müll liegt Nee, ich fand das ganz lecker eigentlich Okay Ja, danke für den Tipp, Mann Ja, kein Problem Gut, das wollte ich dir nur zeigen, weil Ja Okay Ich fand das sehr interessant Wie machen wir denn jetzt mit dieser M&M-Sache weiter, Mann? Ja, keine Ahnung Wir können ja mal zu mir fahren Dann schauen wir mal in der Tonne, ob die Kerzen da drin sind Ja Wenn nicht, haben wir ein Problem Müssen wir neue Kerzen besorgen Och nein, Mann Also hier kann man auf jeden Fall richtig gute Halloween-Partys feiern Wieso? Ja, dann würden einfach alle als Mumie gehen Achso, mit den Verbänden, ja, ja Ja Ja, da hast du recht Oh Mann, ey Ich komme noch gar nicht so auf mein Leben klar Ich war, glaube ich, schon Ich war, war ich jemals so früh wach Ich glaube, mein ganzes Leben lang war ich nie so früh wach, Mann Ja, ist wahrscheinlich die Hitze, ja Die lässt einen auch früher aufstehen manchmal Ja Ja, ich habe auch im Dreck geschlafen Heuer Nacht, das war nicht so gut Oh Mann, oh Mann Ja, vielleicht kannst du ja noch mal duschen gehen, wenn wir eh bei mir sind Ach, das ist nicht schlimm, aber es war fucking ungemütlich, Mann Das glaube ich dir Ist alles leer Ich habe schon überlegt, ob ich mich bei der Müllabfuhr bewerben soll, Mann Ja, warum denn nicht? Ja, da müsste ich arbeiten Und nachher sagen die, äh, Herr Beans, sie dürfen, äh, keinen Müll klauen Du Arschlöcher Wahrscheinlich werden die das sagen, aber ich sag mal so Oh, kein Kläger, da kein Richter Und wenn du dich nicht erwischen lässt Naja, wenn, wenn ich immer so riesen verbeulte Taschen mit mir rumtrage Ist ja auch ein bisschen auffällig, oder? Ja, dann musst du vielleicht mal Du wirst dann ja bestimmt den einen oder anderen Schlüssel bekommen Vielleicht mal dann hin, wenn keiner da ist Müllabfuhr arbeitet doch eher morgens, oder nicht? Ja Kann wir doch mal hinfahren? Ich will mal fragen, ob die jemanden suchen Ja, können wir machen Vielleicht können wir dann auch eine Leiche verschwinden lassen und so Ach, äh, ei, 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 ei Ja, irgendwo muss die Scheiße ja hin Davon wir mal hoffen, dass es nicht so weit kommt Doch Sonst ändert sich ja nie was, Mann Ja, ich weiß, was du meinst Aber wobei, es ist ja eigentlich viel schlauer, dich auf dem Friedhof zu begraben Ich meine, du bist doch schon Pastor Naja, kann man so sagen Wie, bist du kein Pastor? Nein, das stimmt schon, aber Der erste Teil vom Satz Guck mal, die ist sogar abgesperrt, die Mülltonne Oh, ist bestimmt was Wertvolles Ich versuch mal so durchzugreifen Okay Das ist auf Ja, guck mal rein, ist da was drin? Äh, kann von dir nix sehen Oh Gott, das ist ein kleiner Spalt Verdammt ansprechen Ach, scheiß auf Ja, egal Soll den scheiß Müll behalten, Mann Ja, wer schließt denn sein Müll ab? Ich Wieso das denn? Also, es ist nicht mein Müll Es ist der Müll von anderen, der nicht wegschließe Ja, aber Na ja, gut Das ist dann ja auch Ein speziell ausgesuchter Müll, ja? Ja Das sind Schätze Ah Ja, dann lass uns mal zu Green Planet fahren Und danach gucken wir mal, ob der Roller da Äh, beim Abschlepper ist Was ist denn Green Planet? Das ist die Müllabfuhr Ach so Oh Oh Mit dem Motor angelassen Oh, passt schon Wo ist denn Green Planet überhaupt? Keine Ahnung Vielleicht müssen wir nur lange genug an der Mülltonne warten Oder vielleicht werfen wir einfach was rein Und die kommen sofort und holen das ab So fühlt es sich auf jeden Fall immer an Ich hab's gefunden Fahr wir mal hin Okay Hast du übrigens gesehen? Ich hab ein neues Auto Komm, wie schnell das ist Ja Das hab ich geschenkt bekommen Ich dachte, das wär das von damals Du hast ein Auto geschenkt bekommen? Ich hab ein Auto geschenkt bekommen Wie, wie zum Teufel Kriegst du ein Auto geschenkt, Mann? Das hab ich auch noch nicht so richtig verstanden Aber Da waren Leute einfach nur sehr dankbar Für meine Arbeit Schau mal Mir dank nie jemand, dass ich deren Müll wegräume Ich hab dir doch auch schon einen Roller gegeben Ja, okay Aber den hast du mir nur ausgeliehen Ja, aber Na hin Ja, du kriegst ein scheiß Auto geschenkt Das ist ein bisschen was anderes Als mir einen Roller zu leihen Ja, ich mein Gut, das war aber auch Von Leuten, die scheinbar mehr Geld haben als ich Ich hab halt die Mittel Nicht, dass ich in der Welt rumlaufen kann Und Autos verschenke Ja, die sollen mir mal ein Auto schenken Ist doch wohl das Mindeste Ähm, als Gegenleistung Für meine Arbeit Ja, vielleicht hast du recht Was ist die Pizza? Nein Seht so aus, als würde ich Müll fressen, oder was? Nein Das ist ein Ein frisch belegtes Club-Sandwich Von Letzter Woche Oh ja, frisch belegt Das Auto ist so schnell Ich muss mich richtig konzentrieren, dass ich nicht zu schnell fahre Ja, du bist voll schnell heute unterwegs Ja, schau mal Ich drück jetzt aufs Gas Wahnsinn Und jetzt lass ich los Das ist ja total krass, Mann Ich hab immer noch nicht aufs Gas gedrückt Wahnsinn, ey Ich würde das Auto von alleine fahren Ah Mit Solarenergie Ja, ich weiß auch nicht Die modernen Autos scheinen da eine sehr, sehr gute Umsetzung zu haben Ja, schon Oh, hier soll Green Planet irgendwo sein Wir sind ja doch schon mal eingebrochen Hier rechts Ach, das sind die hier, ja? Ich glaub schon Hier ist auf jeden Fall die Müllabfuhr gewesen Ja, schauen wir mal Ja, hier steht ja auch Green Planet Recycling Okay Aber ich werde da hier nicht richtig arbeiten Die können mich mal am Arsch lecken Sag das einfach jetzt nicht zu laut Und dann passt das schon Ich sag denen das nicht Aber ich mach das einfach nicht Ich scheine aber Soll ich mal anrufen Hallo Ist hier jemand? Hallo 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 die scheint schon geschlossen zu sein super ja dann fahren wir zum flughafen was willst du denn da so wegfliegen oder was willst du mich jetzt abschleppen oder was du hast doch schon wieder im hobby geraucht ja sollte ich vielleicht auch mal tun aber ich bin noch im dienst und ich muss noch ganz viel autofahren wieso bist du im dienst ich dachte du fährst kein taxi mehr aber ich arbeite doch für die kirche ja und ja ich war gerade dabei den rasen zu nähen da bist du ein kraut weg zu machen und dann hast du angerufen da kannst du nicht rauchen oder was naja wenn meine chefin zufällig vorbeikommt dann bin ich den job ganz schnell los weil zu jesus nein die chefin vom patient social center aber ich dachte du arbeitest für jesus ja auch doch trotzdem einfach was soll ich denn machen ja selbst wenn sie nichts macht wenn ich jetzt hier den ganzen tag auto fahren muss noch rot und zeit mich anhält dann habe ich auch ein problem aber sagst du einfach ich wurde von der regierung unter drogen gesetzt und dann lass nicht gehen es funktioniert ich will einfach nur nicht dass die jetzt denken dass patakalle vielleicht auch irgendwie nicht mutterlich ist ja du hast echt also du willst echt eine reine weste haben oder das ist wirklich sehr wichtig momentan selber schuld man dann kippe ich jetzt alleine alles gut okay wir müssen dringend gras kaufen man okay hey hallo wir sind wieder so wieder ich kenne den typen nicht wer ist denn das ist das dieser kiss eier nein das ist doch überhaupt ja genau du musst ihm mal deinen schlüssel zeigen ob er das hat ich zeige ihm nicht meinen schlüssel der kann mich mal im arsch lecken man ja sonst weiß er doch nicht welches auto oder welcher roller dir gehört das geht dir noch gar nichts an du willst doch den roller wieder haben ja der soll mir den geben ja der muss doch wissen welchen ja meinen halt gib mir den der ist echt nicht gesprächig was für ein arschloch er will halt die nummer haben der will kohle von mir der kann mich mal im arsch lecken komm wir fahren ey der kann mich mal wirklich kreuzweise nein ich hallo hol mal den roller wieder das ist meiner immer noch ja aber ich habe doch keine kohle ey sieht so aus als hätte ich geld oder was wie viel will er denn hundert dollar will er haben wie viel hast du keine hundert dollar wie viel hast du keine hundert dollar ach beans komm jetzt sorgst du dafür dass mein roller abgeschleppt wird und willst ihn nicht mehr wiederholen wieso sorge ich dafür ich hab doch ich hab die noch nicht angerufen man habe ich gefragt schlepp bitte mein roller ab du hast ihn scheinbar irgendwo hingestellt wo er nicht stehen durfte ich hab den hier wo abgeschleppt ich hab den sogar versteckt man und die haben den gefunden und und haben die einfach aus den büschen rausgeholt und und dann hier hingebracht oder was außerdem habe ich den roller noch nicht gesehen vielleicht zieht er mich über den tisch ich weiß ja nicht mal ob der hier ist ach komm ich hab ihn dir doch geliehen damit du ihn benutzen kannst und nicht damit er hier steht ja dann komm ich wieder wenn es wenn rabattaktion gibt an weihnachten oder so komm ich mal am arsch lecken komm wir fahren wieder ja und wenn ich den roller bis dahin vielleicht wieder brauch ja dann hol ich dir den aber ich hab jetzt keine kohle für so ne scheiße 100 dollar nur weißt du wie viel das für mich ist weißt du wie viele rosen ich für sowas verkaufen muss keine ahnung aber ich weißt du drei das geht doch ja aber ich habe keine drei rosen mehr und ich habe auch keine kohle mehr die tonnen eben waren doch voll mit blumen warum hast du die nicht mitgenommen ja weil meine taschen voll sind ja komm ich gebe dir 30 dollar dazu mehr habe ich ich gerade nicht dabei aber warum ist das jetzt machen jetzt wird doch schon hier dann kannst du den roller wieder mitnehmen und dann bist du nachher wieder flexibel vielleicht will er nächstes mal weniger geld weil er merkt so ich kann aber kein geld mit direkt machen ich weiß ja nicht ach komm was ist wenn ich nachher zur mittagspause muss und ich weiß wie du nach hause kommst du hast doch den roller ja dann laufe ich halt und hier bis nach paleto ja das ganz schön weit ja aber ich habe 100 dollar gespart naja für später aufgehoben naja dann halt nicht den roller kannst du sonst wohin schieben man im sorry alter ich habe keine 100 dollar für den roller der mir nicht mal selber gehört und jetzt ich rufe mal gordo an da 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 im der den der Kannst du einmal zum Stadtpark fahren? Ja, geht nicht ran. Wo sollen wir hin? Zum Stadtpark. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warum? Weil da gewisse Leute andauernd sind. Gewisse Leute? Gewisse Taxifahrer, von denen wir sprachen. Ja, dann setz mich kurz auf. Ich muss nur was holen. Am Stadtpark? Ja. Na gut. Wusstest du, dass Bienen eigentlich mal nur gelb waren? Ist das wirklich so? Ja. Warum haben die jetzt Streifen? Weil die es vergessen haben. Ach so. Da muss es ja echt lange her sein. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, Pascal ist ein klein wenig angefressen wegen Beans. Ich glaube in erster Linie ist er angefressen, weil sein Plan nicht aufgeht, dass ich ihm einfach Dübel besorge, ohne dass er mich einfach fragt. Ich würze gerne in der Wanne. Und ich im Prinzip sein komplettes System ausgehebelt habe, indem ich selber einfach einen Brief geschrieben habe. Naja, er unterstellt mir quasi die Lüge, aber am Ende, also ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass er MM ist. Wenn nicht, dann gibt es dann auf jeden Fall einen witzigen Plot-Twist irgendwann mal. Aber am Ende lügt er mich dann ja auch an. Ich hab dir noch gar nicht von der Messe gestern erzählt. Was hast du denn gemessen? Nee, die Kirchenmesse. Eine Andacht. Okay. Mach ich doch einmal die Woche. Und gestern waren super viele Leute da. Ich hab mich echt gefreut. Das Thema war Hoffnung. Es war alles wunderbar. Und dann kamen auch Leute von der Polizei. Und Leute aus Strawberry, haben die gesagt. Da waren richtig viele Leute. Aha. Und dann hat scheinbar der Chef von der Polizei Harald angerufen. Und dann kam Harald in die Messe rein. Und warum? Weiß ich nicht. Also warum hat er den angerufen? Weiß ich auch nicht. Steckt der mit denen auch noch unter einer Decke oder was? Das glaube ich nämlich mittlerweile auch. Und Harald ist in die Kirche gegangen, hat sich nach vorne gestellt, hat alle beleidigt, dass die alle in die Hölle kommen, dass er ein Gott sei. Und dann gab es eine Schlägerei. Messer waren im Spiel. Das war richtig schrecklich. Schön. Das klingt nach einem... Also ist die Kirche nicht immer so? Nein, das war noch nie so. Seit 10 Monaten mache ich das. Das ist absolut schrecklich. Achso. Ich höre immer nur von der Kirche, dass Gott irgendwelche Menschen umbringt und so. Du weißt schon, dass ich kein Christ bin. Äh, nee. So eine freie Kirche. Achso. Das ist nochmal was anderes. Und da macht man dann keine Schlägerei normalerweise? Natürlich nicht. Ah, okay. Ja, ich hab's verwechseln. Entschuldigung. Ja, macht doch nix. Aber... Deswegen war es ganz schrecklich für mich gestern. Und dann auch noch von Harald. Ja, der meine Frau droht. Verstehst du das? Ja, Mann. Ich würde dem einfach direkt die Stange über die Birne ziehen. Das können wir jetzt immer noch machen, Mann. Ja, und dann passiert das, was ich dir vorhin gesagt habe. Ja, äh... Ich komm da schon mit klar. Die Regierung verfolgt mich eh die ganze Zeit. Aber nicht die Regierung, Regierung. Ja, aber die Regierung, Regierung steuert doch die Regierung. Also ist die Regierung, Regierung und die Regierung hinter mir her, oder nicht? Aber die greifen zu nicht unbedingt offiziellen Methoden, weißt du? Ja, tun sie aber bei mir auch nicht. Die hören mich ab und verfolgen mich und so. Das ist doch voll unfair. Das ist unfair, aber das ist ja irgendwo gesetzlich immer noch geregelt, dass sie historisch dürfen. Aber die Regierung, Regierung, da wird es kein Anwalt geben, kein Prozess. Es wird irgendwo passieren, wo es keiner sieht und dann war es das mit dir. Naja, im Umkehrschluss macht die Regierung ja auch die Gesetze. Also von daher ist ja eigentlich alles für den Arsch, oder nicht? Ja, da gebe ich dir recht. Ist nur ein Wort der Warnung. Ja. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ich will auch nicht, dass mir was passiert. Und deswegen müssen wir jetzt aufeinander Acht geben. Ja. Na, wir können aber fahren, weil ich wollte eigentlich Drogen kaufen, aber hier ist ja gar keiner. Und die Frau, die arbeitet am Kiosk, oder? Glaub ich ja. Na gut. Ich ruf mal den Herrn an, der gestern bei der Messe war. Jesus? Achso. Hey, der heißt irgendwie Cracky oder so. Wie ist das beim Pascal, die Katze? Ich dachte, das ist Amy, die hier rumschreit. Wow. Oder ist das im Spiel? Boah, der Husten, ne? Oh, fuck mich dieser Husten ab. Aua. Sorry, Leute. Das ist blödes Timing gewesen. Geht nicht ran. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Hm. Ich weiß nicht. Na ja, fahr ich erst mal tanken. Ja, das ist ne gute Idee. Mann, ich brauche irgendwie Kohle, ey. Ja. Ich muss schon mal überlegen, was man lachen könnte bei dir. Ja. Ja. Die Leute schmeißen einfach nichts mehr weg, Mann. Ich hab nichts zu verkaufen. Ich konnte, Gott sei Dank, so ne hässliche Möhre gegen, fast komplett gegen ne Brechstange eintauschen, Mann. Eine magische Möhre? Ja, so ne hässliche Möhre. Ja, das sind diese magischen Möhren. Ja, kann sein. Keine Ahnung, was das ist. Die sind sehr viel wert. Ja? Ja. Scheiße, dann haben die mich über den Tisch gezogen, Mann. Wieso? Was kostet denn so ne Brechstange? Hab ich vergessen. Achso. Aber viel. Wollst du nicht tanken? Ja, das war eigentlich recht. Ja, da drin kriegst du kein Benzin. Ja, mach ich gleich, wenn wir wegfahren. Okay. Gehen die Fenster nicht mehr auf? Warte mal kurz. Achso, du musst ja eh betanken, oder? Ich geh mal kurz rein. Also zu denen da vorne. Ja. Ey, warte mal kurz. Jo. Oh. Äh, vertickt ihr zufällig Gras, Mann? Ne. Ne. Schade. Okay, ciao. Jo. Ciao. Ich werde auch den Gras nicht mehr geben. Was für Arschlöcher, Mann. Wieso? Die verkaufen kein Gras. Ja gut, aber deswegen sind's doch keine Arschlöcher. Ja doch. Wieso? Weil ich weiß, dass sie Gras haben. Das hab ich gerochen, Mann. Oh. Ja, aber vielleicht wollen die das für sich selber. Super. Ja eben, Arschlöcher halt. Ich versteh, wie du denkst, das gefällt mir. Ja. Egoistisch und so. Ich bin schon irgendwie so ein Freund von Teilen und den Leuten, die nichts haben, alles geben und so. Das find ich schon super eigentlich. Ja, so mach ich das ja auch. Ist das nicht Kommunismus? Ich glaube, das nennt sich einfach nur Menschlichkeit. Oh. Okay. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ist wirklich einiges los gerade, aber. Aber wie gesagt, wir sollten uns wirklich mal wenigstens alle miteinander bekannt machen, ja? Ja. Ich bin bereit, Mann. Aber die anderen wohl nicht. Ja, das wird schon noch passieren. Wie lange bist du noch heute unterwegs? Ja, schon noch ne Weile. Aha. Ja. Aber wie könnte ich jetzt Geld verdienen? Ich muss irgendwie Geld reinkommen, Mann. Äh, reinbekommen. Ja, ich bin schon überlegen, aber ich weiß es nicht so genau. Immer nur verkaufen, das ist halt irgendwann, naja, beim Verkaufen ist halt das Problem, du brauchst Käufer. Ja. Ja, und Ware. Genau. Und Verkäufer. Ja, der bist du dann ja in dem Fall, oder nicht? Ja, aber ich will doch nicht selber die ganze Zeit verkaufen. Die sollen gefälligst andere für mich machen, Mann. Ja, vielleicht nutzen wir die Zeit und ermitteln vielleicht nochmal in dem MM-Fall. Ja, das können wir machen. Weil ich habe langsam die Schnauze voll. Ich hau schon jedem auf die Schnauze, der mir meinem Zelt zu nahe kommt, aber das ist echt anstrengend langsam, Mann. Also dann würde ich sagen, fahren wir mal zu mir und gucken mal in der Tonne, ob die Kerzen da sind. Ja. Ansonsten muss ich nochmal nach Hawaii, aber das wird dann echt teuer für den komischen Mann. Oder die Frau. Keine Ahnung, ist vielleicht auch ein Eichhörnchen. Ach, wer weiß das schon. M-M. Ich glaube immer dieser komische M&M aus der Werbung hängt dahinter. Meinst du? Ja, der kommt mir sowieso total suspekt vor. Weil wieso, das ist ein riesiger M&M, der reden kann, das geht gar nicht eigentlich. Ja, da hast du schon recht. Ich frage mich auch immer, wo haben die den Schauspieler gefunden, Mann? Und das ist ja, haben die die Bonbons nach seinem Abbild geschaffen oder umgekehrt? Ist das ein Genexperiment oder so? Ei, 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 ei. Das klingt ja grausam. Ja, und wenn ein Genexperiment ist, dann kann er auch Leute erpressen, Mann. Ja, theoretisch, da hast du recht, ja. Oh, das ist ein Arschloch, ey. Oh. Ja, dann schauen wir mal. Ja. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Pfff. Was hast du denn reingetan? Äh, die Mülltonne hier vorne. Welche? Ja, hier die rechts, rechts hier. Achso. Boah, das stinkt schon wieder so, ey. Ist leer. Ja, dann hat der die da schon rausgeholt, Mann. Ja, aber durch jemand anderes. Die verarschen uns, ich sag dir das, ey. Es gibt überhaupt kein Geld oder so. Habe ich den ganzen Aufwand umsonst gehabt, Mann. Scheiße, ne Arschlöcher, die sollen auch einmal meinem Zelt so nahe kommen, ey. Dann spalte ich deren Schädel oder so, keine Ahnung. Da hinten ist noch eine. Ja, aber ich habe die doch nicht da hinten reingetan. Na ja, Kerzen scheinen in der Stadt ein rares Gut zu sein. Vielleicht hat sie jemand gefunden und da hinten eingelagert erstmal. Ähm, warum sollte das jemand tun? Keine Ahnung, warum sollte jemand elf Kerzen haben wollen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er elf Gräber, wo er eine Kerze aufstellen will oder so. Ach, vielleicht. Vielleicht war es ja ein Mordfall und seine elf Geschwister oder so. Die elf Zwerge aus dem Märchen. Waren das nicht neun? Ich weiß nicht mehr, es ist lange her. Auf jeden Fall irgendwie eine Primzahl oder so. Ja. Bestimmt. Leer. Tja. Er hat ein Problem. Dann müssen wir wieder Kerzen besorgen. Scheiße, Mann. Jetzt geht das von vorne los. Er kann mich mal im Arsch lenken. Ich mach das nicht. Soll er mich doch aufschlitzen? Ey. Ich geb dem einer mit, wenn er mir zu nahe kommt, Mann. Was stand denn jetzt da in deinem zweiten Brief drin jetzt genau? In welchem? Ich hab doch, keine Ahnung, so zehn oder so mittlerweile. Ich hab nicht mehr mitgezählt. Ach so. Meinst du den von vorhin? Ich weiß. Ja, den hast du mir ja gezeigt. Ja. Oder meinst du den ersten? Äh, ja, ja, genau. Oh. Sekunde. Oh. Nein. Nein. Ah. Guten Tag. Wie ich höre, sind sie auf der Suche nach Angeboten, um mein Geld zu kommen? Ich habe einen Auftrag für sie. Ich benötige einige Gegenstände für ein Ritual. Oh, der braucht das für ein Ritual. Ritual. Das ist bestimmt irgendwie so ein Satanist oder so, Mann. Aber so ein Pentagramm? Ich mein, das heißt doch Pentagramm, weil es fünf Ecken hat oder nicht? Scheiß, wir hätten keinem Satanisten vertrauen sollen. Der hat das einfach genommen und er hat sich verpisst und Satan beschworen oder so. Und jetzt sind wir eh alle verdummt. Ach, Mann, Mann. Ja, aber wie geht's weiter? Also, du hast ja nichts hinterher gelesen. Ach so, ich dachte, mehr wolltest du nicht wissen? Ja, ich weiß halt nicht mehr, was da drin statt, was wir genau tun sollten. Okay. Ich benötige einige Gegenstände für ein Ritual, welches für die Zukunft von Los Santos entscheidend sein kann. Reicht das? Es sieht ja immer noch nicht, was wir tun sollen. Ach, Mann. Die können die Behandlung benötigt werden. Bindestrich. Elf Kerzen. Bindestrich. Ein Feuerzeug. Bei Ausführung des Auftrages werde ich Sie mit 600 Dollar entlohnen, zusätzlich alle anfallenden Beschaffungskosten, die sich jetzt mittlerweile schon auf mit Sicherheit 3000 Dollar beziehen, Mann. Ich hoffe, Sie sind der richtige Mann für diesen Job. Das ist ein Arschloch. Und dann hat er nix mehr geschrieben. Nein. Also da gab es ja noch mehr Briefe dann. Ja, was stand da drin? Boah. Ich will doch nur dir helfen. Ja, wir stecken da beide drin, Mann. Was stand auf deinem Brief denn? Ja, auf meinem Brief stand doch nur, ich soll das von dir entgegennehmen. Und dann soll ich sie in die Mülltonne da packen. Okay. Wenn sie alle Gegenstände gesammelt haben, legen sie diese in die Mülltonne beim Ort, an dem sie ein Fahrrad geliehen haben. Vielleicht meint er jetzt doch einen anderen Ort. Wo hast du denn sonst noch Fahrräder geliehen? Ja, keine Ahnung, in der Southside und im Norden und in Vespucci. Also, wenn man das geliehen nennt, meint, also... Vielleicht bist du auch... Wobei, du musst ja ON sein, oder? Ja, das war ja unsere Vermutung, weil ich hab ja auch einen Brief gekriegt. Ja. Das wär schon verrückt, wenn das nicht zusammenhängen würde, Mann. Ja, aber das Problem ist ja, wer weiß denn davon? Das wissen doch nur Lamy und Harald. Ja, wenn... Vielleicht sind die das und haben uns wieder über den Tisch gezogen, Mann. Das würd mich jetzt auch nicht wundern. Vielleicht hast du recht. Wenn ich noch einen scheiß Brief von meinem Zelt seh, dann... Dann... Dann raste ich aber aus hier, Mann. Lamy hat mich in den vergangenen Tagen häufiger aber versucht anzurufen, aber ich bin nicht herangegangen. Soll ich ihn anrufen? Könnt's machen. Und was soll ich sagen? Was willst du ihm sagen? Also am besten nicht, dass wir Kontakt haben. Ja, du meintest doch, du willst mit... Ja, hatte ich... Also keine Ahnung. Ich will ihn nicht anrufen. Ja, dann lass es. Ich wüsste auch nicht, was du ihm sagen sollst. Okay. Ich brauch dich, was zu rauchen, Mann. Ich wüsste auch, ihn aus dem Weg zu gehen. Oh Gott, Mann. Ja, ich bin total nicht dann schon wieder. Das ist echt anstrengend, Mann. Oh Mann, oh Mann. Äh... Dann geht die Sonne endlich unter. Das ist so hell. Hast du mir gerade einen Joint zugesteckt? Ja. Oh mein Gott, danke, Mann. Oh, mega, ey. Wo hast du den denn auf einmal her, Mann? Hatte ich hier noch in meiner Tasche. Ich hab die Hose so selten an und... Ja. Danke, ey. Kein Problem. Ich kann dich ja so nicht sehen. Danke, Mann. Okay, jetzt bin ich bereit. Was sollen wir jetzt machen, Mann? Weiß ich nicht. Mir gehen die Ideen aus. Mir auch. Sollen wir irgendwie einen Laden überfallen oder so? Ich bitte dich. Das war ein Witz. Ach so. Ja, musst du doch sagen. Ja, wir können wir ja trotzdem machen. Denkst du nach? Ja. Okay. Ja, dann lass ich dich mal nachdenken. Ja, ich weiß halt wirklich nicht. Also... Du brauchst auf jeden Fall irgendwie eine Art von... Geld. Job. Genau. Aber was... Könnte denn Geld bringen? Ähm... Bankautomaten. Ja, aber nur, wenn du Geld auf deinem Konto hast. Ja, oder wenn man eine Brechstange hat wie ich. Eieieiei. Da halte ich mich aber raus. Oh, okay. Oh, Gott, ja. Ja, wie gesagt, ich muss momentan sehr darauf achten, dass... Meine Weste weiß bleibt, ja? Aber deine Weste ist... Ocker und braun? Das ist doch nur eine Metapher. Das hast du doch vorhin selber gesagt. Ja. War ich wohl voll nüchtern, Mann. Das kannst du haben. Das kann ich haben. Ach, egal. Äh... Ich weiß wirklich nicht, also... Ich könnte dir meine Angelausrüstung geben, dann gehst du angeln, fängst Fische und verkaufst die oder so. Ja, Mann, das ist voll die gute Idee. Ja? Ja. Na gut, dann komm. Okay. Aber ich hab noch nie geangelt. Kannst du mir das zeigen? Kann ich dir zeigen. Hast du einen Angelschein? Ja, natürlich. Okay, weil... Wenn da Ranger vorbeikommen, die werden dich dann noch fragen. Ja, sollen die ruhig machen. Ob Wildfischerei? Hey, das kostet irgendwie 1500 Dollar oder so. Ja. Ist doch nicht mein scheiß Problem, Mann. Kann ich dir aber zeigen. Kein Problem. Cool. Hast du denn irgendwie einen Rucksack oder eine Tasche oder so? Nee. Alles im Zelt oben. Da müssen wir dann auch mal hin. Ist das so viel? Na ja, die Angel, die Ausrüstung, die Köder. Ach du Scheiße, Mann. Das Fischernetz, das Fischermesser. Was zum Teufel muss ich denn mit dem Fischen alles machen, Mann? Ja, du musst sie erst mal fangen. Aha. Dann musst du sie... Du hast doch einen Angelschein, dann weißt du was da... Ja, erzählen wir das aber dort trotzdem nochmals schon ein bisschen was her. Naja, dann betäubst du die Fische. Aha. Dann setzt du mit dem Messer einen Herzstich an. Und dann sind sie tot. Ih. Okay. Ja. Ach so, warte. Ich hab's ja dem Verein gespendet. Müssen wir da hin. Ach. Das war ein großartiges Teil, Mann. Ach, Mann, mega. Er freut mich. Meinst du, ich kann dann mit Fischen gut Geld verdienen? Äh. Weiß ich nicht. Kann gut sein. Also es gibt ja hier ein Fischrestaurant. Vielleicht freut die sich, wenn du den Fischen vorbeibringst. Ja. Brauch ich da noch so einen hässlichen Hut? Äh. Wenn du keinen Sonnenstich kriegen willst. Ich hab ja meinen dabei. Meine Haut ist mittlerweile so ledrig. Das stört ihn nicht mehr, glaube ich. Ach so. Ja. Ja, gut dann. Aber wenn das dazugehört, dann setze ich den Hut natürlich auf. Vielleicht bin ich dann glaubwürdiger bei meinen Kunden. Ja gut, das kann natürlich sein. Ja. Brauchst du nur seinen Hut. Ich ruf mal Hady an und frage, ob ich mir einen Rucksack ausleihen darf. Vom Faith und Social Center. Ja, das wär cool. Mach ich gleich, wenn wir da sind. Oh mein Gott, ey. Ich hab letztens ne Giraffe gesehen, Mann. Äh. Ja. Auf Hawaii. Ja, die laufen da überall rum. Da gibt's Giraffen auf Hawaii. Ja. Okay, was machen die da so? Ja, leben halt, essen. Manchmal laufen die. Kann man die strahlen hier da? Ja, aber die essen, die essen manchmal auch Menschen. Also musst du aufpassen. Die Giraffen, die Menschen essen? Ja. Das klingt ja schrecklich. Nee, das sind ja nur schlechte Menschen, die dann zu den Giraffen gelassen werden. Vielleicht können wir Harald und Lamy einfach nach Hawaii schicken. Ei, 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 ei. Ja. Käse, ei, ei, ei. Ja. Hast du recht. Was hake ich das bloß nicht, ne? Wem? Käse, ei, ei, ei. Ja, das darfst du auf keinen Fall zu ihm sagen. Ja, das kann ich nicht versprechen. Ich sag's dir nur. Ein kleines freundliches Wort der Warnung. Okay. Ja, komm. Ja, ist ja gut. Jetzt stressst man nicht so, ey. Das wird, glaub ich, doch ganz übel mit dem Herrn Käse, ei. Käse, ei. след �isten Herr Käse,ięcynenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenene,nene Das ist so ein Schlüssel. Ja. Ja, komm rein. Ich hab den Briefkasten aufgemacht. Mach dir mal wieder zu. Ja, hab ich gemacht. Hier, komm rein. Ja. Übrigens gibt es jetzt auch Briefkästen auf Lucky Five. Ja. Ich rufe Heidi an. Ja. Ja. Ich bin krass high, ey. Ah, ist besetzt. Äh, naja, hier. Guck mal, hier, der Schublade. Aha. Was ist denn da? Äh, die Angelausrüstung ist hier drin. Ach so, ja, ich nehm die gleich mit. Wenn, haben wir denn da nen Rucksack? Ja, ich hoffe, sie sagt ja. Ist der hier? Ne, der ist beim, äh, der ist in Davis. Okay. Ja, ich kann ihr dann halt nur nicht tragen helfen, aber... Sonst? Ja, ich warte kurz, bis sie zurückruft. Ich hab mir hier so eine Zigarre gekauft. Die ist ganz köstlich. Ich dachte, du willst nicht rauchen. Eine Zigarre? Ja. Das ist nur Tabak. Ja, wieso nur Tabak? Das macht süchtig, Mann. Ja, aber damit kann ich da immer noch Auto fahren. Ja, kannst du mit Gras auch? Na ja. Bin ich doch auch gerade? Ja, aber nicht am Steuer. Ja, ich verstehe das Problem nicht. Na ja, schau mal, wenn ich jetzt in eine Polizeikontrolle gerate und die sehen, ich hab mal Havi geraucht, dann krieg ich Ärger. Ja. Bei Zigarren ist das egal. Darfst du dich halt einfach nicht erwischen lassen, Mann. Na, das kann man manchmal leider nicht so richtig... Kann ich einfach sagen, dass ich dein Sohn bin und dass du das darfst? Ja. Hat in der Vergangenheit auch gut geklappt. Ja. Schön, dass du es nicht vergessen hast. Was? Wenn ich dich damals aus dem Gefängnis rausgeholt hab und gesagt hab, du seist mein Sohn. Ach ja? Danke, Mann. Ach, köstlich. Oh Mann, ich bin so high, Alter. Oh Gott, was hast du mir da gegeben, ey? Ja, ist nicht schlecht, oder? Ja, schon, ich will mehr davon. Wo hast du das her? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Äh, weiß ich gar nicht mehr. Hallo, Haley. Okay, bis gleich. Ach, sie hat gesagt, sie ruft gleich zurück. Okay. Heißt du das ja? Ja, ich konnte sie noch nicht fragen, aber wir können uns ja schon mal aufmachen nach Davis. Ja. Ach, ich geh doch mal auf Toilette. Okay. Scheiße, Mann, wie steh ich denn jetzt hier wieder auf? Das ist voll die bequemste Couch der Welt, Mann. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen, Mann. Oh, nee. Ich hab voll Bock auf ein Croissant, Mann. Ich hab keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, aber wir angeln gleich. Yay. Und dann versuche ich die scheiß Fische irgendwie an Mann und an die Frau zu kriegen. Die wird mir, kein Schwein wird mir die Fische abkaufen, aber das wird jetzt wie ins neues, neues, neue Leidenschaft, vielleicht. So, das funktioniert einfach, wie immer, ne? So, ich bin fertig. Was ist denn das hier? Ein Drucker. Warum ist der denn so groß? Ja, damit da mehr Papier reinpasst und der druckt dann schneller auch. Wie viel Papier druckst du denn am Tag? Ja, nicht so viel, aber... Ja. Da hattet ja nicht ihn zu haben. Da hattet ja sogar ein Ventilator, Mann. Ja, ist ein schönes Büro hier. Und hier sitze ich dann immer und arbeite. Oh. Siehst aus wie ein krasser Geschäftsmann mit der Uhr im Hintergrund. Ei, 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 ei. Das wird gleich viel wichtiger, ja? Ja. Zeit ist Geld. Bla, 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 bla. Ich verdiene Geld. Aber mit dem Verein verdiene ich ja kein Geld. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, aber wir sind so Geschäftsmänner. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. So, vielleicht sollte ich auch ein Geschäft eröffnen. Ja, wieso nicht? Ja, aber was würde ich in dem Geschäft machen? Er kommt auf das Geschäft an, würde ich sagen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein 24-7 anbietest, dann musst du halt Waren kaufen und die weiter verkaufen. Nee. Doch. Nee. Also, ja, aber was soll ich mit so einer Scheiße? Ist doch viel zu viel Arbeit, Mann. Ja, ich meine, im Endeffekt musst du da die Regale auffüllen. Der Rest kannst du selbstbedienungsladen draus machen. Ja, aber da muss ich die Arbeit, da muss ich die Sachen ja immer bestellen und so. Ja, richtig, richtig. Ja, wie soll ich das machen? Keine Ahnung, weiß ich selber nicht. Ich habe ja keinen Laden. Was ist, wenn ich so einen Laden für Gras aufmache, so? Na ja, es gibt ja so einen Laden, der heißt, äh, habe ich vergessen, aber die verkaufen so, ja, äh, Geräte für das halt, ja. Geräte für das halt? Hi, live heißt der. Da können wir gleich mal hinfahren. Ach, das ist der, ich glaube, das ist der Coffeeshop, ne, oder? Ja, genau. Ja, das ist voll die Verarsche, die verkaufen gar kein Gras. Ne, das dürfen die nicht, aber alles, was dazu gehört. Ja, ich fahre jetzt auch gleich, keine Ahnung, da zu diesem Wurstladen und die dürfen kein Fleisch mehr verkaufen oder was ist denn das für ein Blödsinn? Ach, die haben jetzt übrigens, da habe ich mich angemeldet für, die machen so ein, äh, wie heißt das, ähm, äh, äh, ein Krimi-Dinner. Wo man dann als Gast entweder, kann man da mitmachen als, als Darsteller oder man muss da einen Fall lösen. Da freue ich mich drauf. Okay, ja, klingt total scheiße, Mann. Ich finde das spannend. Ich fände es viel witziger, wenn wirklich jemanden umgebracht würde, Mann. Eieiei, das darfst du euch nicht sagen. Warum? Hallo. Äh, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich warte auf eine Dame. Ach so. Ja auch. Wahrscheinlich die Heidi, ja? Wirklich, ja. Vom Face & Social Center. Ja, ja, genau. Äh, ja, okay. Okay, wenn ich Ihnen was, äh, Gutes tun kann, sagen Sie, käme Scheiße. Das klingt natürlich nicht total scheiße mit dem Krimi-Dinner, ne? Aber, äh, gerne. Das ist nicht meine, meine Meinung. Dankeschön, ich bin, äh, versorgt. Danke. Ah, alles klar. Gut, dann, äh, bis später erst mal. Äh, Wienes, möchtest du vielleicht was trinken? Nee. Okay. Ich habe gerade erst was getrunken. Ich bin nicht mehr durstig. Ja, dann warten wir jetzt hier auf Heidi, würde ich sagen. Okay. Ja, sie scheint noch nicht da zu sein. Also können wir auch noch mal eine rauchen. Ja. Ich glaube, von hier habe ich meine Jacke, Mann. Ja, kann sein. Wir haben ja, wir geben ja auch Kleiderspenden aus. Ja, das war cool. Dann war nicht so kalt und so. Ja, richtig. Und deswegen, vielleicht haben wir ja noch einen Rucksack, den du dir denn ausleihen kannst. Ja, kann ich nicht einfach dann dir den Rucksack mit den Sachen einfach wiedergeben? Ja, ja. Das wäre echt zu stressig, dann hier an fünf verschiedene Orte zu fahren für den ganzen Scheiß. Nee, den kannst du mir wiedergeben, das ist kein Problem. Okay, cool. Ich bin ja hier täglich hier, dann packe ich den einfach wieder rein. Hey, wo tigst du zufällig Gras, Mann? Na, leider. Na, scheiße. Hallo. Hallo. Na, ich bin jetzt gerade in Davis angekommen. Hier steht ein junger Mann, der sagt, du kommst gleich, oder er wartet auf dich. Alles gleich, und dann kann ich dich auch gleich fragen. Alles gut. Dann bis gleich. Tschüss. Warum hast du die nicht eigentlich am Telefon? Die ist jetzt gerade im Parkhaus, noch im Auto. Da habe ich gesagt, ach komm. Ach so. Du musst ja nicht am Lenkrad telefonieren, ja? Okay. Ach, ich habe immer noch meine Arbeitskleidung von der Gärtnerei vorhin an. Ja, steht hier aber. Ganz schön warm. So siehst du aus wie ein freundlicher alter Mann. Willst du mal jetzt sagen, das bin ich nicht? Doch. Aber so willst du doch auch aussehen, oder nicht? Was heißt will? Ich ziehe mich so an, wie ich das gerne mag. Du willst doch gerne mal eine Jacke haben, dann siehst du aus wie so ein richtiger bad-ass motherfucker, so wie ich, Mann. Ei, 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 ei. Ja. Ich weiß ja nicht, ob mir das stehen würde. Ja, bestimmt. Warum nicht? Wir können ja mal tauschen. Nee, du kannst die Jacke haben. Ich will nicht tauschen. Also ich will die schon wieder haben, die Jacke hier. Zieh mal an. Ja, Mann. Ei, 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 ei. Das ist richtig cool. Das ist nicht deine Größe, würde ich sagen, aber kommt gut. Oh Mann, oh Mann, das ist aber auch... Ja. Wir fahren vielleicht mal nachher zu mir und dann... Na, verzerren wir her. Wo haben sie diesen Hut gekauft? Äh, mein... Äh, ich, ja. Äh... Weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Bist du, dein Hut kommt direkt viel besser zur Geltung durch die Jacke? Ja, wohl wahr. Geh, bitteschön. Geh, zieh die gar nicht. Ja doch, aber ich hab grad so die Hände voll. Hast du grad... Halt mal kurz meine Orangen. Äh, ja. Oh, come on. Ja, bitteschön. Ja, mit dem Hut, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube vom Friftjob. Der Friftjob hat öfter mal wunderschöne Hüte. Oh, okay, verstehe. Bomber, äh, bitteschön, wunderschöne Hüte, wunderschöne Hüte, wunderschöne Hüte, wunderschöne Hüte, wunderschöne Hüte. Darf es heute sein. Ich hätte gerne Calibri. Ah, komm, ich sense der Klassiker. Hallo. 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 Ich glaube, ihr seid echt alle auf den Kopf gefallen. Burritos kann man essen, Mann. Nein, das ist ein Auto, das heißt auch so. Das stimmt. Wer nennt denn sein Auto Burrito, Mann? Das hat mich anfangs aufhört. Ja, das stimmt. Ja, das gibt aber eine Karte im Snippe. Ja, stimmt, stimmt. Na ja. Hey, bevor du dich um den Herrn kümmerst, kann ich vielleicht kurz eine Frage stellen? Das geht auch ganz schnell. Ah. Äh, komm mal kurz. Ja, war da, 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 da, war 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 da. Ähm, ich muss mal meine, meine Sampler tassen. Ja, hast du vielleicht ein paar Dollar für mich? Ich wurde am Sonntag zwei Stunden nach der Einreise ausgeraubt, mir wurde alles abgenommen. Oh, das tut mir leid, Mann, aber ich wollte dich auch eigentlich gar fragen, ob du Geld für mich hast. Scheiße. Ja. Ah, fuck. Ah. Aber ich kann dir, ähm, 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 ne, doch nicht. Nee, das deckt mir alles gut raus. Ja. Ja, es ist manchmal hart hier, aber, ähm, 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 aber sonst nix. Eigentlich ist es immer hart hier, Mann. Oh, hi. Hallo. Oh, hab ich euch unterbrochen, verzeihung. Ah, alles gut, alles gut, alles gut. Vielleicht hat die Dame Geld für dich. Ich flitz mal kurz rein, ich hol mal eben ein Täschchen und dann bin ich sofort bei dir wegen der Runde. Okay. Ah, klasse. Jau, die Pause hab ich nicht vergessen. Ich würd einfach sagen, ähm, wir gucken jetzt mal, wie es mit Mangeln läuft. Und ich schätze mal, dann wird sich Pascal eh zurückziehen und dann können wir einfach ein bisschen angeln. Wie lange seid ihr schon hier? Vier Minuten. Ja, überhaupt, denn der Start mein ich. Ach so. Ich glaub, 30 Minuten. Fast ein Jahr. Ah, okay, schon so lange. Was, äh, arbeiten Sie? Ich arbeite auch hier beim Face und Social Center. Ich bin Pater Kalle. Ich kümmere mich um alles kirchlich hier, ja. Ah, das ist super. Ja, ich mach die Messen zum Beispiel. Weichen, Seelsorgen. Pascal und Pizzo auch wirklich wie Tag und Nacht, ne? Aber auch vor Hochzeiten. Das ist wirklich so ver-fick-witzig. Das ist schön. Ja, ja, ich find das auch hier nicht. Ja, ja. Also die, um die ich mich kümmere, ist die in Morningwood, ja. Und, äh, dann haben wir aber noch einen Referent, äh, der macht das eher in Paleto. Okay. Jetzt fängt man am meisten auf statt. Wie bitte? Am meisten. Finde man viel gängige Stadt. Ach so, ja, so einmal die Woche ist immer angesetzt, ja. Ja, guck. Ich rechne meine Tasche rüber. Äh, der Pascal nimmt die bestimmt für mich. Ach, ja, super. Ja, kann ich mir jetzt mal so einen Arm klemmen. Und dann rechne ich mal rüber. Ja, danke dir. Ach, klar, gerne. Ist ja eine schöne Sache. Danke, Mann. Ja, ich find das auch toll. Ja, dann würd ich sagen, äh, machen wir uns auf. Okay. Dann zeige ich Ihnen da den, äh, den Ort da am See. Der ist ganz klasse. Ja. Ich fang für Sie einen Fisch als Dankeschön. Ach, wie schön. Ja. Der ist nur tot, wenn Sie den kriegen. Ich warne Sie nur schon mal vor. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ja. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Okay. Äh, tschüss. Danke, Spaß euch. Danke, Mann. Ciao, danke schön. Bis später. Ich hab mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ja. Aber, ja, Hayley ist ein super Diebe, aber die macht das alles ein bisschen, ein kleines bisschen strenger als Red. Ach so. Deswegen hab ich jetzt, ich bin Abteilungsleiter, also quasi sowas wie Co-CEO, aber ich hab trotzdem keine Zugänge mehr. Hä? Warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Die will sich das bestimmt einen Nagel reißen, Mann. Wenn du möchtest, kann ich in die Tasche geheime Botschaften einritzen und so. Eieiei, wie klemmt mein Kofferraum gerade? Ich krieg den nicht auf. Ist das denn da überhaupt ein Auto? Ja. Ja. Okay. Soll ich mit der Brechstange versuchen? Nicht so doll, der Auto ist, der Auto, das Auto ist ganz neu. Ja, ist kein Problem, ich krieg das schon hin, lass mich mal kurz da hin. Ach nein, nicht so doll. Äh. Nein. Äh. Der klemmt irgendwie. Ja. Aber die Macke hier, die war vorher schon, oder? Was für eine Macke? Hä? Alles gut. Ja, gut, dann schmeiße ich die Tasche auf den Rücksitz. Naja, egal. Ich hätte jetzt fast Pascal eine verpasst mit der Stange, Alter. Was? Nützt ja nix, sag ich. Ach, nützt? Ich hab verstanden, wo willst du hin? Nee, ich weiß, wo du hin willst. Ja, deswegen war ich so verwirrt, Mann. Tut mir leid. Aber wir müssen gleich noch irgendwo anhalten und Gras kaufen. Ich kann nicht angeln ohne Gras, Mann. Nimm mal wo, ich kenne keinen mehr, der noch so was hat. Ja, ich telefonier mal rum. Du kannst dich ja in der Zeit kurz um die Angel kümmern, wenn das passt. Ja, machen wir so. Ich werde angerufen. Okay. Ich bin das aber nicht. Oh. Hallo. Ja, genau. Ja, gar kein Problem. Ich hab gedacht, vielleicht freut ihr euch darüber. Haben wir ganz frisch besorgt. Ja, das müssten, glaube ich, zwölf Packungen Früchte gewesen sein. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber sechs bis zwölf von diesen Frucht-Shakes, jetzt, ja, ich finde die ganz kästlich. Ja, davon sprach Gordo nämlich, deswegen habe ich gestern beim Einkaufen, habe ich das gesehen und dachte, ach, ich bring da mal was mit und überrasche euch mal. Ja, gar kein Problem. Ja, sehr, sehr gerne. Überhaupt kein Problem. Sag mal, weißt du denn, wo Gordo ist? Ja, sehr gerne. Ich brauche mir Nummern, wo ich Drogen kaufen kann, glaube ich. Wer ist denn Drogen? Das ist ja wohl ehrenvoller Name. Viele spielen gar nicht mehr. Ja, das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nummern noch überhaupt genutzt werden. Ich pflege ja hier schon meinen, 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 äh, sag schnell. Meine Datenbank. Drogen, Sex habe ich noch nicht probiert. Jörg! 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 Infos bei Infos bei Dirkach, keine Ahnung, wer das schon wieder ist. Ja, viele sind auch noch nicht da, stimmt schon. Und dann können wir uns ja gerne auch da treffen. Bist du bei der Kirche? Ja, dann kommen wir gleich vorbei, ja? Ist ja kein Problem, wir wollen ja eh gleich zum Angeln fahren, aber dann hast du ihn wenigstens mal kennengelernt. Wenn das okay ist für dich. Also wenn du dich möchtest, ist es auch okay. Ja, alles klar, dann bis gleich, ja? Tschüss. Ja, das war Kirchea. Was, dicke Eier? Hallo? Hallo? Pascal? Ja? Ich glaube, es hört nicht auf mit Harald und Lamy. Wie? Unsere Sachen wurden geklaut, unser ganzes Essen habe ich gerade gesehen. Wie? Und das ist schon wieder ein Drohbrief in der Tonne. Ne. Mhm. Ich weiß, jetzt soll ich die Kops rufen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Darf ich das mal sehen? Ja klar, hier vorne links, die Tonne, die grüne direkt. Die haben alles rausgeklaut, Mann. Äh, hi, Jesus. Ich habe gestern Abend war ich ja noch hier und habe da was reingetan. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe die Tonne genommen da. Aber... Ja, ja, genau, da drüben war dein Beerenzeug drin. Und jetzt habe ich, guck mal die Tonne hier rein. Ich habe gestern noch alle Tonnen einmal durchgeguckt. Einfach nur, weil ich jetzt nicht wusste, wo ich es reintun soll. Aber ja, das habe ich tatsächlich gesehen, diesen Zettel. Aber ich habe ihn jetzt nicht gelesen, weil ich wollte ja auch nicht... Okay. Ja, warte. Ja, da steht drauf. Äh, Gordo, pass auf, mit wem du dich anlegst. Wenn du die Scheiße nicht lässt, werden noch schlimmere Sachen passieren, als dass deine Sachen weg sind. Das ist aktuell, ja? Ja, naja, du hast... Ich weiß nicht, es muss ja. Ja, ich habe vorgestern oder so reingeguckt, da war noch alles da. Ich... ich schwöre, wir haben nichts mehr gemacht. Gibt's doch gar nicht. Ich verstehe das auch nicht. Mein erstes Kackdrohbriefe, jetzt der Scheiß, was soll das? Ich verstehe es auch nicht, weil es ist in der Zwischenzeit ja noch nichts passiert, außer gestern. Aber das kann ich dir gleich nochmal in Ruhe sagen. Okay. Aber wir haben ja... Also, ich habe auch mit Gordo geredet. Wir halten die Füße still, wir machen nichts mehr. Ja, das hat er mir auch gesagt. Ich habe ja auch nichts gemacht, was soll ich auch machen? Aber... Also, ich habe nicht gesagt, nein... Nein, 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 nein. Was soll ich denn sagen? Alles wird das alles geendet und dann wird das alle verursachen... IM Porque es wird geheiratet. was stimmt denn das war die Feuerwehr alles gut ich weiß doch niemand ich bin richtig sauer auf ihn weil er kommt einfach in meine Gemeinde rein dass er ein Gott sei und das ist das die sowieso alle unter ihm stehen und sowas und und macht Pinzakack ja klar weil so viele neue Leute aber ich kann das gefühl die werden nicht wiederkommen weißt du ja was er sich raus ich hasse ihn so sehr wirklich ja und dann weißt du ich mein er weiß ja von den sachen die er getan hat er hat ja geht ja da kommt er dahinten tut so als wäre nix und die Polizei hat ihn auch noch angerufen und gesagt er soll kommen das ist ja klar dass nichts passiert die ganzen anzeigen die wir gegen den gemacht haben ja wenn die cops mit dem zusammenarbeiten geil ja ganz genau nämlich und ja das problem ist ich habe die sache ja jetzt soweit angeleiert ja aber ich brauche nur dafür nicht erreichbar ist ja dann geht es halt nicht voran ja doch man ich weiß da braucht man einmal gerade auch mal nochmal wir können uns ja schon mal aufmachen zu kirche wenn du uns okay ist für dich ja gerade geht nicht ran wir mich aber auch einfach nicht vorstellen ich habe keiner wer das ist ich hatte versucht anzurufen wird einfach völlig weg ignoriert wieder vergessen die mutter auszumachen vorhin er ist so leise er hat ja auch total sparsames auto wahrscheinlich ja es geht aber ja das auto ist halt noch neu ich habe es seit drei vier tagen dann ist es vielleicht noch nicht so aufgebracht wie die anderen autos ja vielleicht ich habe meine kontakte angerufen und ich habe keine ahnung wo ich jetzt gras herkriegen soll man ja keine sorge wieso alles cool wir fahren war erst mal zur kirche ok ich habe nämlich auch nichts mehr natürlich fragt dies nicht wer das ist sie auch einfach nicht aber ich will es wissen aber ist wahrscheinlich die freundin von gordo vermute ich jetzt mal wie ich sage ja es ist auch bei der kirche hat er mir gerade gesagt dann lernt ihr euch auch mal kennen so das ist mein mitarbeiter ja deswegen hat mir nur gesagt dass er jetzt in den dienst kommt und dass er bei der kirche ist habe ich gesagt das passt ja da bin ich auch gerade auf dem weg aber er sagt auch er muss gleich weiter vielleicht begegnen wir doch den käse eier kennen ist auch gut es ist ich bin heute ein bisschen durch den wind ich bin schon so lange wach ich habe doch gesagt was du machen sollst du hörst doch nicht auf mich was denn sage ich nicht mehr jetzt ist das geheim sagt doch wenn es mir hilft könntest du mir was mitbringen jetzt aus dem geldautomaten ja hoffentlich macht er das jetzt ja das würde ich hoffen wollen du verkaufst auch kein gras oder ich gebe euch gleich welches ja doch ja du hast gras man ja aber ich bin eigentlich kein dealer ich habe nur in der menge im schrank das wäre mega das würde voll den tag retten mann okay ja kein problem der tag wird gerettet ja die hat eine menge gras ach so ja ich habe auch keine ahnung schlägt immer so viel an und dann ja bei mir ist das gut aufgehoben naja das ist wohl war ich habe ja gerade zum geburtstag auch einiges noch geschenkt aber wie gesagt ich mache das immer ungern aber mir hast du noch nie was zum geburtstag geschenkt du hattest noch nie geburtstag ja doch ja heute zum beispiel noch scheiße happy birthday ja danke ja alles gute zum geburtstag danke da müssen wir eine party oder so machen wir müssen wir nur sachen schenken das reicht schon okay natürlich kriegt jetzt gras geschenkt also das ja wohl das mindeste weil ich zum geburtstag kriegen sollte ja sie schaut mal ich habe in der zwischenzeit können wir gleich einmal gesagt was sagst du ich habe heute nicht geburtstag das ist etwas gedacht aber ich will das gras umsonst haben verstehst du was ich meine ich habe die damen doch eben angerufen damit wir was bekommen das sehr gut man ich wusste nur nicht ob sie das will dass du es weißt weißt du aber wenn es dir selber angeboten wurde das doch alles gut aber ich auch so ich habe den ja gestern wirklich mehrere kilo nahrungsmittel in deren tonne gelegt damit die wieder was zu essen haben und da will sie mir jetzt halt als dank was zurückgeben ja das ist ein guter deal du gibst den essen und ich kriege gras ja wir können teilen das liebt man jetzt pass auf ich habe den schon die stimme wird die der die stimme von dem ist heftig darf ich vorstellen dass es sind wir ja ganz genau gesagt cool schön sie kennenzulernen die türsteher ich bin kein türsteher ok ich frage nur weil sie in der nähe von einer tür stehen und so aussehen so so naja nein bin ich nicht ich bin ein einfacher samarise und unterstütze dem parter nicht wahr cool ja ich auch ich kann dich auch gleich gerne wieder zurückfahren wir wollten jetzt eigentlich nur noch mal hier wir wollen gleich angeln gehen ja du passt einfach überhaupt nicht natürlich noch wieder zurück ich habe ein geburtstagsgeschenk für dich sekunde ich muss kurz meinen hatte spontan ganz doll oh danke man ja kein problem super besser geburtstag aller zeiten man happy birthday ja jetzt also entweder wir fahren jetzt die erst mal wieder zurück und gehen dann angeln oder wir weiß ja nicht hast du es eigentlich und sie nicht alles okay ja wie geht es dir so geschehen ja ganz in ordnung nicht wahr hat das doch herrlich und du wolltest jetzt wolltest du in dienst gehen oder ich wollte erst in den dienst gehen aber dann habe ich gesehen dass sie diese beschissene meeting haben und habe ich keine lust drauf also bin ich gar nicht da ich habe mich dafür abgemeldet welcher mein termin mit mccoy ab ich bin einfach nicht da da ganz genau ach schon in ordnung sie sagte sie wollte nur mal schauen damit sie alle mal beisammen hat damit sie weiß wer was macht aber bei uns weiß ich ja die einzigen in der abteilung naja ja ja und und jetzt also ich meine ich habe jetzt meine handel ausrüstung gegeben damit er gleich angehen gehen kann er möchte er sucht nämlich nach etwas darf ich das sagen bis oder dass ich geld brauche ja das jetzt nicht geheim oder so würde ich jetzt einfach mal behaupten oder nur wer braucht das nicht nur eben man und ich gehe jetzt angeln und dann verkaufe ich die fische und so das war zumindest mein angebot für ihn weil mir ist nichts besseres eingefallen naja für den anfang vielleicht nicht verkehrt ich hoffe ich stinke nicht zu sehr nach fisch am ende aber ich falle in der stadt dann wahrscheinlich eh nicht so sehr auf naja im schlimmsten fall habe ich eine dusche ja aber die fische sind ja auch schon im wasser gewesen aber das hat doch damit nichts zu tun ich sehe schon das scheint sehr gut zu sein was du da hast ja das ist das war züglich würde ich fast sagen ja ist doch klasse ja gut ich weiß ja nicht also wie gesagt ich ja ich habe halt um acht mal einen termin mit mccoy deswegen nicht mehr so viel zeit jetzt aber kann ich da gerne an den punkt bringen wo du dann angeln kannst ja dann wohl ich dich nachher wieder ab oder so cool man ja und bei euch da bin ich ja mal gespannt auf diesen punkt nicht wahr wenn das nicht so ewig dauert du hast ja nicht ewig zeitpader dann würde ich einfach wieder mitkommen nein du setzt mich hier wieder hallo und luci willst du wieder zurück oder kannst mich vielleicht beim pd rauslassen ich glaube ich geht zu den kopf wegen dem gestohlenen bei gordo meinte wir sollen alles zur anzeige bringen das weißt du gesagt ich habe ja gestern da gemeinsam für euch da was reingelegt ja gesehen es kann auch das kann auch von dir dankeschön dafür ja ja und da haben wir ja schon gesehen dass die eine tonne sehr leer war und scheinbar war sie vorgestern noch voll ja wieder ein brief drin einer drohung alles klar abfahrt jetzt so tut sie möchte zur polizei und ich brauche einen moment um klar zu werden aber ich setze mich einfach rein okay ja jetzt möchtest du kurz fahren ein bisschen hungrig gibt ihr den schlüssel vielleicht erst zur gasse dann hole ich den zettel kurz ich habe den ja schon angefasst und dann zum pd ist ja kein problem das ist wirklich eine absolute sauerei die werden ihr fett schon weg bekommen man ja wird mal zeit langsam ja wie gesagt ich versuche alt gerade zu erreichen ja aber es kann ja nicht angehen dass wir nichts mehr machen und die trotzdem also haben die spaß dran keine ahnung dann sich neues hobby suchen ja vor allem ist es hier in der zwischenzeit nichts mehr vorgefallen ja eben Arschlöcher dass man gerade bei euch auch noch bestellen wir gerade mal parallel was zu essen ja nur das soll ich nicht sagt ja selber ihr habt nicht viel und das was ihr habt das teilt ihr gerne ja und das finde ich so eine herzliche sache und dann nimmt man von euch das ist doch das gibt es auch nicht ja ich meine wir können da ja auch kein schloss dran machen oder so das ist alles scheiße ja ich weiß was du meinst ich meine immerhin hat das geklappt mit dem lager hier bei der kirche ja das hilft uns auf jeden fall mega sonst wäre noch so viel mehr weg ja das freut mich weil ich das war ja mein lager ich habe es extra leer gemacht damit ihr es nutzen könnt oh danke kein problem ich habe meinen zugriff jetzt auch für abgegeben ja wir haben ja das schloss ausgetauscht dass auch wirklich nur hier da rankommt ach scheiße das ist super nett man ja kein problem ich finde das ja wichtig dass ihr auch mal was hat was ja abgeschlossen werden kann cool ja nice äh cut so kinder ich gehe jetzt mal zu der frau dahin und dann rede ich sie mal an mal gucken was sie sagt oder ist mein mein kiff wieder da was passiert man passiert einfach mal schatz ich habe übrigens seit vier jahren keine okay wo seid ihr denn ich bin mit jesus bei diesem würfelding wo ist denn jesus mann okay ja ja schick mal an standort dankeschön raffel irgendwie wurde deren auto jetzt abgeschleppt ich würde gerne in der wahl ich würde mal einmal angeln gehen ja aber ist besser so man dann gibt es kein tierleiden das ok ja was auch immer das ist ja du kannst die fische ja wieder frei lassen wenn du wolltest die verkaufen oder aber ich kann ja lebendig einfach verkaufen er hat ist auf jeden fall besser als wenn du dir umbringt macht es mal nicht mann ich will ja auch eigentlich gar nicht umbringen aber ich brauche halt geld mann ja okay aber du kannst ja nicht auf den tod anderer lebewesen keine ahnung dann machen aquarium oder so ein shit da hast du eigentlich recht mann wo sollen wir denn hingehen irgendwo geradeaus und dann rechts sind die okay ich lauf dir einfach hinterher ich brauche ein bisschen ich bin ich bin ziemlich high gerade mann okay ich bin es gewohnt ich glaube gott ist noch langsam als du aber der ist auch irgendwie dicker oh jesus beans armen 2015 meine herren ja das ist eine ecke eine ecke her ja aber keine ahnung kannst du nicht laden auskommen oder so da habe ich auch schon überlegt okay aber ich möchte ich dagegen ja da sieht das ein bisschen alleine gefährlich ist ohne fahrzeug und so gut das stimmt muss halt schnell rennen können ja und wie du siehst kann ich das schon aber ja ich merke schon ich guck gleich erstmal was ich mit den fischen machen kann vielleicht kann ich dir wirklich irgendwie so an ein restaurant verkaufen das so fische dann in ein aquarium tut naja das ganz gut oder ja keine ahnung gibt es irgendwie was wo man die ich sammler oder sonst steht vielleicht findest du so eine exotischen fisch übelst viel wert ist dann ja bestimmt man farben oder sonst ich bin auch fisch experte auch ich habe was man kann fische experte studieren geil was ist dann fischologie mich okay okay da lernt man was für krasse fische es so gibt ja aber ich weiß nicht wie viel die wert sind dass das doch das lernt man dann nicht weil die wollen natürlich nicht dass man die fische verkauft ja okay das ist ja dann auch wieder so bbl und sonst steht ja und wo ist das jetzt feuerwehrmann konnte es leider nicht finden ich ruf mal downtown cap an dass die uns zur kirche fahren da habe ich ja noch alte autos guten tag 1 mein name ich hätte gerne ein taxi bestellt und zwar ist in der nähe vom stadtpark dass die die kreuzung peaceful das bucci boulevard oder so groß gebäude auch hier ist so ein großer park das also im endeffekt wenn sie vom vom stadtpark ich sag mal richtung westen fahren ja einfach die straße geradeaus da stehen drei leute auf der rechten seite wo ist denn eigentlich der käse eiermann ach so ja von der südseite nach westen und dann sind wir an der vierten kreuzung glaube ich oder sollen wir mit dem bus fahren aber der fährt in die falsche richtung sagen wir dem der soll woanders hinfahren ja dann rennen hinterher und sagt ihm bescheid ja hier ist eine busseitestelle ob das so das weiß ich nicht aber es kann gut sein also wir sehen sie auf jeden fall wenn sie vorbeifahren dann denke ich ja video kannst du gerne in den discord posten einfach von der südseite stadtpark wenn du den reaktion channel dann gucken wir das mal bei gelegenheit das ist nett von ihm ist leicht tschüss ja ich habe jetzt ein taxi gerufen dass wir zurück zur kirche kommen weil ich weiß nicht wo mein auto ist jetzt kann man auch direkt abgeschleppt ja das mit dem hagen wird jetzt tatsächlich zeitlich ein bisschen schwierig ich hab ja um 20 und den termin mit mccoy also ich kann dich trotzdem gerne versuchen noch an einen ort zu fahren aber ich habe dann jetzt nicht mehr so viel zeit dir zu zeigen wie es geht warte nimm mal die tasche hier erst mal dann kann ich dir das zumindest schon mal erklären vielleicht ja bitteschön dankeschön ich muss mal kurz pinkeln ja jetzt kommt das essen natürlich ich bin sofort wieder da mein freund ist doch auf toilette ach da kommt er schon ja das war dringend man ja ist aber nett dass sie uns abholen ja kein problem wo das hängen gehen wir müssen einmal zur morningwood church das ist hier nur geradeaus durch daraus durch da kommen wir dann das budget aus ja hier geradeaus versuchen wir immer geradeaus fahren dann sind wir genau bei der morningwood church eigentlich ja gut geradeaus ich meine in der straße folgen so rum ja ja gut das stimmt glaube ich ja ja das gute und wie war gestern die predigt ach die war tatsächlich relativ schrecklich ich könnte das eigentlich essen weil ich werde eh nicht an einem gespräch beteiligt wahrscheinlich ach da war ich weiß auch nicht ich sag mal so viel da waren so viele leute da die ich noch nie gesehen habe und ich habe mich so gefreut ist sie da meine das ist die freundin von dem und alle beleidigt gesagt dass die alle in die höhe gekommen dass er ein gott sei diesem anderen passiv holung suchenden die messer waren im spiel und dann war die messe vorbei so schrecklich und es tat mir so leid für alle die sich freuen dass wir vielleicht wenigstens mal 30 minuten in der woche haben an einem ort des Friedens ja und sowas okay davon habe ich bisher noch nie gehört und überrascht mich gerade ich nehme mich auch nicht ich mache das ja schon seit zehn monaten aber das hatte zwar wirklich den ausnahmezustand ja aber personenkonto gestellt werden dann später vom pd oder ja ja die waren zum glück mit dabei ja hier rechts einfach auf den hof ja da steht da steht mein auto das passt perfekt dann gucke ich nochmal kurz nah das waren während dann einmal 18 dollar 18 dollar ja kein problem 18 dollar ich bitte euch ja bitteschön ich hab jetzt einfach eine Scheine gehabt ach so hast du dir gleich gekrallt kannst du ihnen das mal so gekrallt du hast mir das in die hand gedrückt das stimmt doch gar nicht würdest du jetzt sagen ich beklau dich oder was ja ich dachte du muss ich das jetzt abgeben wieder das bekommt der Taxifahrer das bekommt der Taxifahrer weißt du lass mich hier einfach allein und lass mich bezahlen ja so sieht es mal aus oder was ja das ist doch mein Geld ja vielen Dank tschüss tschüss jo danke tschau vielen Dank Ihnen alles Gute okay wo ist denn der Käsemann hin der musste noch was erledigen der meldet sich später wieder okay so wie machen wir das jetzt am besten also Luzi möchte zum PD äh es muss zum angeln äh ich muss zum Bacoy ähm ja du kannst mich ganz schnell an der Gasse einfach rauslassen zum PD kann ich ja laufen ach so das äh ja okay ja gut durch die paar Meter kriege ich dann noch mit das ist kein Problem und ich weiß nicht wo du mich hinstecken willst ja ich würde dir halt ich hätte dich gerne jetzt an den Fluss gefahren da in den Bergen aber das schaffe ich jetzt eigentlich nicht mehr wo kann ich denn noch hin kann ich nicht hier am Pier angeln ja zwar auch aber ich sag mal so äh naja ja Am Pier ist mehr los ja ja und sind doch weniger Fische oder was weiß ich nicht das sind auf jeden Fall andere Fische ja ist doch egal das ist Halswasser ach so wie du meinst ja ich will äh eh jetzt Aquarien und so verkaufen ach das ist doch einfach was herrliches ja also halt nur das was da reinkommt die Aquarien selber hab ich ja nicht ja warum denn nicht vielleicht eine Fischsucht machen und wieder bedrohte Arten etwas ich hab keine Fischsucht Zucht züchten ach so vielleicht kann man ja ganz kleine Fische in so Glasflaschen stecken okay das wär auch ne Idee ja naja das ist dann so Aquarium to go ja oder was keine Ahnung Proteine to go äh naja da gibt's leckeres tschau dann bis dann alles Jude und auch weniger grauser bis ja oh ja wenn ihr mein Auto seht sagt Bescheid sitzt du nicht in deinem Auto ja das ist das Kirchenauto mein Auto ja das wurde wohl eben abgeschleppt als wir auf Toilette war da ist dein Auto wo da rechts das ist nicht mein Auto ach so das war noch grau ach ich dachte das wär rot mit Graffitis drauf also ne dann hab ich das falsche in Erinnerungen ja das passiert ja ja also wenn ich fertig bin mit äh mit meinem Anwalt dann melde ich mich nochmal ja weil dann äh kann ich dich da auch wieder abholen ja kein Problem ja du hast ja einen Angelschein von daher willst du ja wissen wie das funktioniert alles ja natürlich wenn ich erst zu Gasse die Beweisung ach so ja stimmt Entschuldigung jetzt wollte ich dir eigentlich nur gefallen tun und ich gleich da vor die Tür setzen ja alles geht ja wie gesagt dann lass mich an der Gasse echt ich kann dann auch hierher laufen das passt schon ja okay ist ja zum glück gleich um die Ecke ja ja soll ich dich einfach hier rauslassen denn ja ja lass mich einfach hier raus alles klar ja danke dann äh viel Spaß noch beim Aquarium zusammenbauen ja danke mal an dir auch und so ja alles Gute nochmal Happy Birthday ja danke fürs Geschenk Ciao und liebe Grüße an Apoela und Gaudo ja mach ich Ciao Hallo Michael ja Hallöchen ich wollte eigentlich auch nur sagen ähm ich bin auf dem Weg äh es kann nur vielleicht unter Umständen passieren dass ich vielleicht fünf Minuten zu spät komme weil ja ich war grad auf Toilette und dann ist mein Auto abgeschleppt worden achso ja gut dann passt das ja äh ich mach mich auf den Weg ja gleich tschuldigung äh ich würde sagen ich fahr dich da an die an die Ostküste ich glaub da hast du mehr deine Ruhe ja ja danke fürs Fahren und so ja kein Problem ja aber jetzt hast du ja mal Kesaya kennengelernt und auch Luzi Luzi ist eine sehr gute Freundin von Gaudo zum Beispiel achso ja du hast mir nicht gesagt wie die heißt ich wusste nicht wer das ist nur dass die Drogen hat das war direkt sympathisch und so ja weißt du ich helfe denen halt sehr viel ich hab zum Beispiel gestern Abend hab ich deren ganze Tonne voll mit Essen gemacht und jetzt sagte sie dass ja gestern Abend tatsächlich doch noch ganz viel geklaut wurde wieder mit einem Drohbrief und das macht halt immer Lami in der Vergangenheit ja die spinnen doch komplett man also ich hab denen auch schon mal was geklaut aber ich hatte wenigstens Grund dafür achso ja gut das könnt ihr sicherlich dann klären wenn ihr euch seht die auch nicht böse seid die haben da ja Verständnis wissen ja das ist auch schon monate ja ich weiß gar nicht mehr wann das war ich wusste nicht dass da jemand wohnt achso ja aber wie gesagt weil diese Sache mit Lami und Harald das ist natürlich was anderes ja natürlich das ist ja absichtlich und so das ist ja voll frisch frisch das ist eine Mischung aus frech und fies frisch frisch das gefällt mir das merke ich mir das strahlt direkt die Aggressivität aus die ich gerade spüre dabei das ist ja schon bichisch herb ist das ja schon fast was für ein herb der frisch ja ich könnte auch Radio Moderator werden man ja das könntest du ja ja ich sah ja auch ist ja auch Moderator nein aber ich sag ihm immer dass er bestimmt gutes Geld damit verdienen könnte würde er ein Radiosprecher sein ja aber ich vermute die Leute die würden panische Angst kriegen wenn er im Radio zu hören wäre ja vielleicht der hat eine gewisse Bedrohlichkeit in der Stimme aber das ist schon okay ja ich das war ja meine kleine Warnung dass du dich erschreckst er klingt wirklich etwas bedrohlich aber er ist wirklich ein sehr netter Mann ja jemand der Käse Eier heißt der kann doch gar nicht böse sein ja da hab ich dir doch gesagt du darfst sie nicht so nennen ja aber du hast doch mir einen Zettel geschrieben wo drauf stand der heißt der Käse Eier das ist doch nur zu ne da oben steht der Name Käse Eier und das mit Käse Eier das ist einfach nur eine Eselsbrücke so konnte ich mir das besser merken am Anfang Sein Name ist Käse Eier ja hab ich doch gesagt Käse Eier ja aber das ist nur ein Wort K E Z I A H ja sag ich doch ne du sagst K E S E ne das sagst du gerade ich sag Käse Eier ja sagst du ah wir müssen hier ab oh ja grad nochmal gut gegangen ja ja also bei der Angel ja die Angel musst du natürlich in deiner Hand nehmen ja und also am besten in die linke Hand das ist ja leichter und so äh ja das ist wirklich leichter glaub mir Und dann nimmst du den Haken und den Wurm Und du machst dann den Wurm auf den Haken Ja Genau, und dann Wie soll ich es dir erklären? Komm jetzt mal mit Okay Die Tasche hast du dabei, ja? Ja, die ist gerade nur ein bisschen So schwer, dass Ich sie gerade auch nicht sehe Das macht ja nichts Jo, da haben wir den Junggesellenabschied Mit Knussi hier gemacht, wisst ihr das noch? Wollen wir tauchen Komm, komm, ich muss nicht beeilen Ja, ich beeile mich doch, Mann Hatte Bienen sie am Anfang so einen großen Fisch Nee, aber die Animation habe ich gerade auch schon wieder gefunden Als ich danach gesucht habe Also wir können Fisch zeigen, können wir Gott sei Dank endlich mal nutzen So, komm, komm Ja, ich bin noch da So, hier ist ein guter Ort Da stellst du dich am besten in die Ecke da? Ins Wasser? Naja, du kannst schon einen Schritt ins Wasser gehen Musst du aber nicht Du kannst einfach hier stehen, ja? Okay Genau, stell dich mal hin Ach, soll ich das schon machen jetzt? Ja, jetzt bin ich noch da Um es dir zu erklären Was soll ich doch, du hast keine Zeit? Ja gut, dann Habe ich auch nicht, aber ich will ja auch, dass du es verstehst Ja Also, du nimmst die Angeln in die linke Hand Ja Dann ziehst du den Haken auf den Wurm Nee, andersrum, den Wurm auf den Haken Ich habe wieder Maden und Würmer reingepackt Kannst du ja beides mal ausprobieren Okay, Sekunde Oh, hier ist Gras in der Tasche Oh, das ist ja das, was ich eben von Luzi gekauft habe Okay Bevor du mich wieder beleidigst, lasse ich das da lieber drin, Mann Ja, das können wir uns doch teilen nachher Okay, der Wurm ist auf dem Haken Okay Dann machst du jetzt quasi Nimmst du auch den Haken in die linke Hand zur Angeln, ja? Ja Hast du? Ja Ja gut, dann war es das schon Dann machst du jetzt einen ganz energischen, energiegeladenen Wurf mit der Angeln Okay Eins, zwei Ja Ehrlich, das war ein guter Wurm Ach du Scheiße, Mann Okay Ja, und wenn dein Fisch anbeißt, dann wirst du das schon sehen Und dann machst du den halt tot Und packst den da in die Kühlbox Ich mach den nicht tot Und ich lass den einfach lebendig, okay? Ja, das ist hier Quälerei, aber wie du meinst Wieso ich dann Wenn ich den umbringe, quäle ich den doch Nee Und wenn du ihn leben lässt Und dann Sappelt da Ja, dann erstickt der, weißt du Oh Ach ja, der braucht Wasser, oder? Okay, dann erzähl das aber nicht der Frau mit den Drogen vorhin Weil er nicht so begeistert von Nein, alles gut Aber gut, jetzt weißt du, wie es geht Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin mit Michael Und dann hole ich dich hier wieder ab, ja? Ja, lass dir ruhig sein Ich glaube, ich bleibe hier so eine Dreiviertelstunde, oder so Ja, ist doch klasse Viel Spaß, ja? Und Petri Heil Ja, Wolfgang Tschüss Ja, schön Okay, ist voll am lecker Ich will zumindest einmal gucken, was passiert, wenn ein Fisch kommt Bin mir nur noch nicht sicher, ob hier wirklich ein Fisch kommt Aber Wisst du, was man richtig gut machen kann Wenn man angelt Geschichten erzählen Da sehe ich uns nachher Ich hoffe, dass da zeitlich alles noch passt, ey Ich wollte eigentlich so ungefähr zur Mitte des Streams eine Pause machen Schlagen Aber Oh 11 Mark von Periatan Vielen Dank Bärenhafte Bärengrüße vom Bär Mega, danke, Mann Ich muss echt mal gucken, dass ich halt auf Euro umstelle Das ist doch bescheuert Diese krummen Preise, die hier angezeigt werden Totolos Hallöchen Frau guckt natürlich auch zu Liebe Grüße an Frau vom Skinner, ne? Ganz liebe Grüße da Howdy Also ich weiß nicht, mach ich was falsch Oder dauert das einfach ewig Weißt du, ich kann doch einfach hier eben essen Wenn wir sind nicht kalt, wenn ich anfange zu essen Das ist der Spiel mich ja nicht Da kann ich ja helfen Du machst da was falsch Da fehlt der Balken oben im Bild Oh Oh, okay Was muss ich denn machen? Was mache ich denn falsch? Oder muss ich das in Crafting Fenster schieben? Muss ich so erst noch machen? Ne Oh, perfekt Danke Das macht Sinn Somit ist er heute gesichert und morgen gibt es wohl zumindest noch das Scheiße kochen Absolut Vielen, vielen Dank wieder für den Support heute, Leute Und ich mache mir eigentlich auch allgemein keine Sorgen für den Rest der Woche Also bei RP Auf RP scheint er ja doch sehr viel Bock zu haben Und dann überlege ich mir einen schönen Wochenplan für die nächste Woche Hat er, hat er energisch angeln gesagt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt Ehrlich alles mit dem Finger hier, aber ist eigentlich auch egal Ich furze gerne in der Wanne Danke für den Sub Und Herr Skinner viel Spaß mit deiner Subskribierung Ah ne, du hast einen verschenkt Ich dachte, er wäre umgekehrt Ja, dann vielen Dank an Herr Skinner Audi Audi, 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 oh Was hast du denn schönes? Ich habe mir Hähnchenspieß bestellt Vom Holzkohlegrill mit Pommes Und drüben steht noch die Gemüsevorspeisenplatte Ich frage mich nicht, was das ist Kann auch total scheiße sein Ich wollte Grillgemüse haben, aber Was soll ich sagen, weil ich auch nicht Ich bin auch von einem lecker, ey Aber jetzt Grillgemüse Yummy Aber scharf Oh Keine Witzker, da habe ich nicht mit gerechnet Oh, oh, oh Scharf Boah, ey, also ich finde so eine Die, die, ähm Diese Holzkohlegrill-Restaurants Die haben wir schon einen geilen Scheiß, ne Was Fleisch angeht und so Alles cool, aber Aber ich verstehe nicht, warum die Jetzt bei dem Laden nicht mal So was wie Gegrillte Paprika oder so was extra anbieten, ey Dann fühle ich sofort, ne Da habe ich richtig Bock drauf gehabt Einfach so eine Portion einzeln Machen tut es ja eh Nur, dass man dafür dann irgendwie 20 Euro Fleischplatte kaufen muss Damit man immer ein bisschen Grillgemüse hat Das ist ja auch Blödsinn Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass bei dem Angeln der Balken schneller geht So ein bisschen wie bei WoW, weißt du Dass man halt so Eine Minute hat Und dann muss man im richtigen Moment eine Taste drücken oder so Aber mal gucken, was gleich passiert Bei uns gibt es den Luxus leider nicht überall selber abholen Das ist scheiße Das ist wirklich scheiße Aber um dich zu trösten Hier wo ich wohne Sind auch nicht so viele geile Lieferservices Also von daher Käsefondue war heute zum Abendessen das Thema War lecker Käsefondue als Abendessen Habe ich auch noch nicht gehört Ist das nicht eher so ein Für Festivitäten Ist das eine richtige Mahlzeit? Also ja, er macht satt Also keine Frage Aber gilt das als vollwertige Mahlzeit Zum Abendessen Ohne dich jetzt kritisieren zu wollen Einfach nur Frage Weil ich das so nicht kenne Angelsimulator 23 Oder dich da hinsetzen Und ich denke mir halt immer so Es gibt so viele Schmutzläden Die liefern Wo es einfach immer scheiße schmeckt Wie halten die sich? Verstehe ich nicht Die ploppen aus dem Nichtsauto Hast irgendwie Keine Ahnung Lieferando ist in der Stadt verfügbar Plötzlich hast du 40 verschiedene Italiener Also Italiener Die dann auch Indisch Und Döner Und Sushi anbieten Also Letztens war ich mit Michelle in 60 Seconds to Napoli Ich sage immer 30 Seconds Wegen der Band Das war lecker Ja man Wäre schön wenn ich hier hinliefern würde Aber wenn ich Pizza will Muss ich mich entweder bewegen Oder Schmutz essen Oder selber machen Oh Cool Habe ich jetzt nichts gefangen Das ist ja voll geil Richtig nice Oder übersehe ich hier was Ja gut Ich würde jetzt einfach mal sagen Selbst machen ist Trump Dauert nicht länger als liefern lassen Schon aber du musst schon die Sachen hier haben Wenn du wie ich einen leeren Kühlschrank gerade hast Weil ich einfach nicht dazu komme einzukaufen Schwierig Das ist sowieso jetzt die Not Morgen kochen wir ja wieder Aber schwierig Naja gut Okay folgende Situation Im BUD gibt es jetzt einfach einen Cut Dann geht es sofort weiter Für die Leute im Stream Ich mache jetzt mal kurz Pause Ich würde jetzt ungefähr Eine halbe Stunde ansetzen Ähm Vielleicht bin ich aber früher da Weil wir wollen ja dann direkt auch noch die Challenge hinterher machen Um Zeit zu erspielen Für wen auch immer Also entweder wird wenn ich gewinne Zeit abgezogen Oder wenn ihr gewinnt Doppelt drauf gerechnet Ähm Aber wenn er erstmal ruhe Erholt sich in Ruhe Erholt meine Stimme kurz Deswegen Bis zu 30 Minuten Pause Ansonsten hört er mich ja eh Wenn er den Tab einfach offen lässt Und äh Cut im BUD Ich sag mal Bis gleich Kinder Tschüss Ssssssss Sssssss Musik 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. FISH. Esst kein Fisch, esst kein Fisch, Fisch nicht tot, nicht machen tot, Fisch ist gut, keine Futter, nur der Freunde, mach den Fisch nicht tot, Fisch, 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 Fisch! Fische haben Schuppen, gefährlich für die Lunge, manchmal auch giftig, wenn man ist, Fisch ist, Fisch, 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 Es ist in Sand. Genug von da. Aus. Aus. Wir haben schon wieder keinen Fisch gefangen. Ja, was soll ich noch dazu sagen, wenn ich ehrlich bin? Ich bin, ähm. Oh, ich weiß warum. Ich hatte keinen Köder dran. Ah, dann kann das ja auch gar nicht klappen. Bin ja auch dämlich. Gut, ich würde einfach sagen, probieren wir das Ganze nochmal. Ah, dann kann das ja auch noch mal. Ja, dann kann das ja auch noch mal. Was. Techno. Techno. Musik Tracks 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 Rausch! Rausch des Meeres! Frauentausch des Meeres! Rausch im Tausch der Tausch trance! Gives trance a chance! Rausch des Meeres! Rausch des Meeres! Rausch des Meeres! Rausch des Meeres. 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 Desmeh' uns. Ausch. Ausch. Alter, du machst die besten Vocals. Amys Back-Vocals sind einfach fantastisch, oder? Ich hab die am Ende erst gemerkt, sie hat die ganze Zeit mitgesungen. Sie singt immer noch. Amy und ich, wir machen immer Musik zusammen, ne? Blockflöte oder Keyboard, da ist Amy sofort mit dabei und singt. Die können auch einfach weggehen, wenn sie das abfragt, aber sie singt mit. Das ist richtig gut. Ja, das war mein neuer Song, äh, Rausch des Meeres. Jetzt überall, wo es Rausch gibt. So, wir haben ein Kabeljau gefangen. Seht ihr? Sag ich doch, hat sich doch gelohnt. So, äh, ich tu was in die Sporttasche hier. Einen schönen Kabeljau haben wir. So. Und was mach ich mit dem Netz jetzt? Ah, komm, nehmen wir den mal schnell aus hier. Schnibbeli schnapp, schnibbeli schnapp. Hm, 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 hm. Wie hat euch mein Hit gefallen? Ich hab gehört, dass ihr sehr begeistert wart im Chat, also... Ich hoffe, eure Nachbarn hatten auch was davon. So, was haben wir gekriegt? Köderfisch. Damit kann ich doch jetzt nicht in ein Restaurant gehen und sagen, wollte dann wir einen Fisch abkaufen. Wie kann ich das jetzt... Kann ich das jetzt... Programmen gibts mich. Haha. Ok. Anyway, bist du bereit? Oh ja, ruhig dich jetzt erstmal, ich bin noch nicht bereit. So, mal gucken, was wir jetzt aus dem Wasser ziehen. Come on, du blöde Stativ. So, mal gucken. Du musst singen, singen, okay, dann übernehme ich. Ich hätte es alles umsonst hier gemacht. Toll, ganz toll, ganz toll. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, das ist anstrengend. Es war einmal ein kleiner Mann. Der hatte schöne Schuhe an. Der kleine Mann sah richtig aus, wie ein Bär mit einem Halskraus. Schal, 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 schal. Schal, schal, schal. Schal, 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 schal. Es fällt kein Text. Der Schal, 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 schal. Der Schal von Zeo da. Schal! 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 Er steht richtig gut. Er sieht den Schal genau. Er sieht richtig gut aus. Und geht dann mit nach raus. Der Schal! 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 Katzensolo. vorbei vorbei ja ja das war gut investierte zeit auf jeden fall den einzigen fisch den wir gefangen haben haben wir wieder ins wasser geworfen und der ist verschwunden und zudem habe ich auch noch meine kamera verstellt aus irgendeinem grund ja willkommen zurück zu gta erp da sind wir wieder leider war mal unsere angel ist ja schon nicht so erfolgreich was soll ich sagen was soll ich sagen aber naja dann soll uns pascal jetzt mal abholen und hoch Hallo? Ist da Officer Nottingham? Okay, du musst auf deine Identität aufpassen, Mann. Du hast gesagt, wie du heißt. Ja, aber ich... Ach, so egal. Kannst du mich abholen? Äh, ja? Achso, äh, ja. Das ist kein Problem. Äh, ich bräuchte vielleicht noch fünf bis zehn Minuten, dann fahre ich los, ja? Okay, ähm, kannst du mich dann nach Hause fahren? Ja, ich kann dich auch gerne zum Roller fahren. Ja, ich wollte jetzt aber nicht einkaufen. Ich wollte nach Hause. Ja, dann lege ich dir die 100 Dollar aus, dann gibst du mir die irgendwann zurück und und... Was für 100 Dollar? Ja, für den Roller. Ich gebe dem doch keine 100 Dollar für den Roller, Mann. Ich gebe dem 100 Dollar. Du gibst mir das dann immer mal wieder stückweise zurück. Ja, aber dann muss ich dir das ja geben, Mann. Ja, ich hab dir den Roller ja auch geliehen und du musst ja auch auf den aufpassen. Ja, ich klär das schon irgendwie, Mann, aber ich gebe dem doch kein Geld. Ja, aber anders kriegen wir den nicht wieder. Ja, ich überred den schon irgendwie, Mann. Okay, also soll ich dich da hinfahren? Zum Roller. Du willst deinen scheiß Roller echt wiederhaben, oder? Ja, dann lass uns zum Roller fahren, Mann. Ich will den nicht wiederhaben, aber ich meine... Ja, doch, du kriegst den dann wieder. Ich will den dann nicht. Nein, also du brauchst den doch. Aber ich sag mal so, ich hab ihn ja verliehen und wenn der nicht gebraucht wird, dann kann ich dem auch den Verein geben, ja? Ja, gib ihm den einfach wieder. Ist mir jetzt zu teuer, die ganze Scheiße, Mann. Ach, Mensch. Das sei doch nicht so. Wie? Hast du denn Fische gefangen? Ja, einen. Ja, einen, immerhin, ja. Und den hab ich kaputt geschnitten und dann hab ich den an die Angel gehangen und versucht, einen neuen Fisch zu fangen und dann kam gar nichts mehr raus. Oh. Ja. Na gut, aber immerhin. Ich hoffe, du hattest zumindest Spaß. Ja, ich fahr dann so in fünf bis zehn Minuten los, ja. Ja, okay. Ja, bis gleich. Ja, tschüss. Der will seinen scheiß Roller dringend wiederhaben, glaube ich. Ja. Mir ist nämlich gerade mal so aufgefallen, wir haben schon ein Viertel vor zehn. Wann did, wann did that happen? Na gut, wenn er, wenn er eh noch nicht da ist, dann. Und sorry, dass ich gerade vergessen hatte, ihn zu entmuten. Ich weiß gar nicht, warum er überhaupt gemutet war. Aber bei wegen der Pause wahrscheinlich von vorhin, ne? So. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, aber ich fühle mich nach Trance gerade. Oh. Shit. Hoppala. Ich fühle mich nach Trance. Und nach Getrank. Was ich nicht mir hingeholt habe. Nach dem Essen. Ja, ich bin... Wurde ein bisschen abgelenkt gerade. Hey, mir hat hier gerade eine Jam-Session gehalten. Schneem-Feschen. Kebeschen. Hol doch schnell was. Ja, ich starte hier das Angeln kurz. Und dann hole ich mir was zu trinken. Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha-Scha. Aber wenn man hiermit jetzt machen soll, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Und bam. Okay, ich hole mir eine Flasche Wasser eben. Wird sie gut? Ja, ne? Du hast nur Hunger wahrscheinlich, weil es schon wieder 10 Uhr ist. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Cool. Musste der Köder nicht an die Angel dran? Also vorhin hat es auch geklappt. Aber vielleicht funktioniert es als richtig, wenn ich das... Vielleicht habe ich es nochmal verkackt. Na ja. Na ja. Kann ich dabei auch rauchen? Mimigaga. Es fehlt auf jeden Fall noch eine Animation, wie jemand angelt und gleichzeitig kifft. Ganz wichtig. Schön, wie Beans die Antenne hält, um seine Echsenmenschen Führung zu kontaktieren. Ja, und dazu gibt es ein paar Trance-Tracks. Ja, Mann, ey. Mega-mäßig. Oh, ja. Okay, Mann. Okay, ich bin bereit. Los geht's, Mann. Ja, Mann. So schöne Sterne, Mann. Ich hoffe, ich war glücklich. Ich hoffe, ich war glücklich. Und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal. Und das klang echt, echt ekelhaft. Das hat so dieses Echo noch dabei. Sorry, sorry. Das war echt, das war, das war unangebracht. Aber ich habe es gerade voll gefühlt, Mann. Es strömt einfach aus mir raus, ey. So viele Farben am Himmel. Maria, Maria, like it loud. Maria, Maria, like it loud. Muss ich wohl jetzt fangen? Ja, oder? Ein Fisch. Ein Wal. Ein Bären. Oh. Nomm, 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 nomm. Ich liebe Bären. Das ist total toll, immer mit Bären und Sorge. Zeit für eine Kurzgeschichte, Geschichte, Geschichte, Geschichte. Es war einmal ein einsamer Fischer, der auf einer kleinen Insel lebte, wo es nur eine Palme gab. Es war eine Palme dort. Ende. Wer ist da? Woher haben Sie meine Nummer, Mann? Ruhig dich, Captain Kanada. Hier ist Officer Nottinger. Ach so, du bist das, Mann. Ja, was ist denn? Ja, ich wollte dir nur sagen, ich bin auf dem Weg. 2,3 Meilen noch. Bist du noch da, wo ich dich abgesetzt hab? Ja. Ja, klasse. Dann bist du gleich, ja? Ja. Ja, äh, tschüss. Tschüss. War wirklich eine Kurzgeschichte, ne? Und wir haben wieder nichts gefangen. Angeln suckt. Einfach. Ich sag euch das, ich probier das jetzt noch einmal. Aber ich probiere den Köder mit der Angel zu kombinieren, weil vielleicht hab ich das echt verkackt einfach. Sag mal, was kochst du uns morgen? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen will, weil nachher machst du irgendwie wieder Challenge, wo ich mit einem Löffel irgendwas machen muss oder so. Guck mal. Nee. Nee. Einfach so, oder? Ich mach das schon richtig. Ach, ist einfach scheiße, sagst du. Okay. Wieso drehst du dich denn da? Jetzt fang doch mal wat, Junge. Mach mich stolz, mach dem Papa stolz hier. Ach. Ich fühl mich grad wieder einsame Fischer von Beans Geschichte. Ich hab mich sehr bewegt. Warum liest du da eigentlich auf dem Boden? Komm doch mal zu mir hier. Komm. Ja, setz dich zu mir. Ja, du musst doch doch nicht alleine sitzen. Du Dovi. So, kannst du auch gleich Mikro kriegen. Dann können wir Dialog hier. Dialog im Dunkeln. Kennt ihr Dialog im Dunkeln? Das ist cool. Da wird man, äh, das ist so ein, äh, so ein Museum. So ein Blindenmuseum. Wo, äh, quasi so Sets aufgebaut wurden. Ähm. So ein, so ein, so ein Wald. Oder ein, äh, so ein Straßenverkehr mit Ampel und so weiter. Aber komplett im Dunkeln. Und du wirst von einer blinden Person da durchgeführt. Und du wirst dann quasi, da wird dir quasi gezeigt, wie es ist blind zu sein. Wie aufgeschmissen man einfach ist, wenn man nichts sieht. Ist das brutal. Das gibt's in Frankfurt und in Hamburg, kann man ja mal kurz ein bisschen Werbung für machen. Fand ich sehr, sehr spannend. Dinder im Dunkeln habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen will, weil Essen im Dunkeln ist jetzt nicht so mein... Ich sehe schon mal gerne, was ich esse. Aber Dialog im Dunkeln ist halt wirklich, also da wirst du durch verschiedene Settings geführt. Auch so ein Wohnhaus. Zum Beispiel. Mit Schränken, Fernseher, verschiedene Soundeffekte, die aus verschiedenen Ecken kommen und so. Das ist wirklich creepy, ein bisschen. Aber man weiß sein Augenlicht dann einfach mehr zu schätzen. Kann man einfach sagen. Und ja, gleichzeitig auch krass mit was sich halt blinde Personen dann quasi rumschlagen müssen. Also, falls jemand zuhört, der tatsächlich blind ist, eh, Respekt auf jeden Fall. Das ist... Habe ich großen Respekt vor. Ach, gehört mit dazu, oder was? Ich war in Frankfurt damals im Dialog im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob das, äh... Nur in Hamburg ist das Restaurant. Also, ich habe da zumindest kein Restaurant gesehen. Aber das war halt auch im, ich glaube, im Frankfurter Bahnhof. Wer ist da? Ah, okay. Boah, ich krieg hier erstmal einen Schrecken, Mann. Alles gut, alles gut. Äh, ich bin auf jeden Fall da. Wo bist du denn? Ich angel hier gerade noch einen Fisch. Achso, ja, dann, ja. Ich angel den mal ganz entspannt. Ich warte hier im Auto, ja? Ich kann auch kaum einfach... Ich kann auch kommen. Okay, ich bin, äh, ich sag mal, kurz davor so... Ich, ich spüre, dass da was kommt. Ist doch her! Nicht zappelt her! Nee. Oh. Ich habe so ein Bauchgefühl. Aber das war schon viermal falsch. Es ist bei dir auch schon mal so. Ich hatte letztens tatsächlich... Ich habe ein Stinke-Stiefel gefangen. Ein Stinke-Stiefel? Ja. Hast du ihn angezogen? Ja, weil ich dachte, da ist ein riesengroßer Fisch dran. Und dann ist das so ein Stinke-Stiefel. Oh, Stinke-Stiefel. Naja, ich hatte nur ein Kabel, ja. Achso, ja, das ist doch auch was Feines. Ja, aber den habe ich ja kaputt gemacht. Und dann... Ähm, ja. Wo, wo bist du denn? Du... Ach, da! Du bist ja richtig getarnt hier! Ja, ich bin im Tarn-Modus. Ich bin auch ziemlich high gerade. Ja, da bin ich ja leidisch! Ja. Ah, da bist du ja! Ja, ich bin da! Okay. Hi! Ah! Nee, hier ist kein High. Keine Angst. Ich habe nur Hallo gesagt. Ja, kein Problem. Ja, ich muss mich leider ein kleines bisschen bei ihm, weil ich habe gleich noch einen Termin für einen Exorzismus. Ja, kein Problem. Ja, ja, da spukt es wohl in einer Wohnung und... Ja, ja. Da muss ich dann wieder hin und die Geister austreiben. Ja, aber denk dran, dass Geister auch nett sein können. Ja, natürlich, natürlich. Und vielleicht kannst du mit denen Bündnis schaffen und die gehen dann in LS Taxi rein oder so. Ja, das ist mein Plan. Eine Armee aus Geistern schaffen. Ja. Weiß nicht, jetzt wo ich das Wasser gerade so sehe. Ich finde das so schwer, so herrlich. Absolut herrlich ist das. Ähm. Kannst du überhaupt schwimmen? Nein. Ich auch nicht. Komm wieder hier hin. Ich will. Warum sollte ich nicht schwimmen können? Weil du alt bist. Du bist alt. Nee. Und außerdem vertreibst du die ganzen Fische, Mann. Ja, kein Wunder, dass du nichts fängst, wenn du da die ganze Zeit auf die Sandbank wirfst. Ja, oder wenn ein nackter Mann hier durchs Bild schwimmt. Es gibt einfach einen Fick drauf, was ich sage. Oh, ich lach das hier ist. Ey, wenn du mir da jetzt seufst, Mann, dann ist... Also, ich kann dir nicht helfen. Der ist da jetzt echt am Schwimmen einfach. Hahaha. Okay. Ich hole die Angel mal wieder rein, es beißt ja doch nichts an, oder? Was? Das Wasser ist herrlich, das musst du ausprobieren. Nee, 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 danke, Mann. Doch, mach mal bitte. Nee. Dienst, du stinkst nach Fisch. Ja, wegen dem Fisch vielleicht. Das ist mein Argument. Und in dem Wasser sind auch Fische. Also, denke ich zumindest. Ich habe nur einen gesehen bisher. Ja, das will ich auch. Das ist ja genau das, was ich gebraucht habe gerade. Kein Problem. Also, ich sage mal, die Angel ist, ähm... Ich weiß nicht, ob das zu einem dauerhaften Hobby wird, Mann. Wieso? Naja, ich bin... Ich habe nichts gefangen aus dem einen Fisch. Ja, aber das ist doch... Je mehr du das machst, desto besser wirst du doch. Aber ich habe keinen Punkt mehr, wenn du hier stehst und die ganze Zeit auf eine Sandbank wirfst. Da sind keine Fische. Aber ich habe dir auch den Punkt da hinten gezeigt. Ja, da war ich ja auch. Aber ich dachte, hier ist mehr. Nach rechts geworfen auf die Sandbank. Nee. Nee. Und... Kannst du jetzt mal wieder was anziehen? Ich wollte gerade noch kurz abtrocknen. Ja, mach das mal. Ich werde angerufen. Ich habe irgendwas im Zahnfleisch stecken. Hallo. Ich bin gerade voll abgelenkt gewesen. Sorry, aber... Tut voll weh gerade. Ich glaube, es ist zwischen meine Zähne gerutscht. Das fühlte sich so an, als würde... ...so ein Holzsplitter aus einem Spieß oder sowas. Ich hatte ja gerade Spieß. Irgendwie... Ah, nee. Ein bisschen schwierig gerade parallel noch RP zu machen. Ja, das ist schon besser, Mann. Ja, gleich viel besser. Mein T-Shirt ist... Ich habe es ja... Lieber noch nicht. Ja. Ja, dann los, oder was? Ja, los, oder was? Ach so, die Tasche. Willst du dir in den Kopf herumschmeißen? Ja. Heute habe ich da noch was drin. Ja, mein Mahabi war doch noch drin. Das wollten wir uns teilen. Ja, das ist doch noch drin. Was wolltest du teilen? Ja, dann mache ich das auf und mache uns zwei kleine Mahabis. Oh. Danke, Mann. Ist doch... Ist doch klar. Ach so, warst du noch gar nicht fertig? Ja, hier. Und hier ist das... Da. Ach, klasse. Mach ich gleich auf. Ja, Mann. Das ist ganz frisch. Guck mal, wie das riecht. Oh. Ja, ich bin aber noch krass high gerade. Deswegen geht es mir gerade echt gut, Mann. Ach so, du hast keine Fische gefangen. Ne, habe ich auch nicht. Also ein... Ein Kabeljau. Du hast einen krassen Hai, hast du gesagt. Einen krassen Hai? Ist doch ein Haufenfisch oder nicht? Ein Knorpelfisch. Ich glaube, Haie sind Säugetiere, Mann. Ne. Doch. Nein. Doch, total. Die legen Eier. Deswegen sind es keine Säugetiere. Wieso denn? Die saugen doch. Es gibt nur, ich glaube, zwei Säugetiere. Auf der Welt, die Eier legen. Und das sind Schnabeltiere und irgendwas anderes. Und Haie. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Haie sind einfach nur lebendgebährende. Ich bin hier der Fischologe, Mann. Du bist... Das stimmt doch gar nicht. Doch. Hallo. Ich habe Fischologie studiert, Mann. Ah ja? Ja. Dann sag mir doch mal. Als erstes Semester lernt man, dass Haie gar keine Fische sind. Und Eier legen. Dann erzähl mir doch mal bitte, was ist denn der Untergenus eines Subtraktopoden? Das ist gar kein Problem. Das ist eine Riesenoktave. Das ist richtig. Ja. Nicht schlecht. Das hätte ich nicht erwartet. Tut mir leid, dass ich dich angezweifelt habe. Ja, du zweifelst immer an mir, Mann. Und dann beleidigst du mich, weil ich dir Sachen klaue oder dich belüge, Mann. Ich beleidige dich. Ich habe einmal Drecksau gesagt. Es tut mir leid. Habe ich dich jemals so genannt? Du hast bestimmt schlimmere Dinge genannt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe immer nur Tatsachen gesagt. Du hast gesagt, ich bin ein alter Sack und ich sterbe immer an all solche Sachen. Und das ist doch viel schlimmer. Drecksau ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch einfach nur... Ja, aber ich habe doch auch Recht, oder nicht? Wieso redet man doch unter Kumpels? Ja, ich habe doch auch Recht. Ich bin eine Drecksau? Was soll das denn jetzt heißen, Mann? Ich meine, du bist doch alt. Und du stirbst irgendwann. Irgendwann? Ja, irgendwann bald. Ich bin 200 Jahre alt. Und ich bin erst 70. Ich sag doch, du bist 140 Jahre alt. Ich bin 70. Aber was dein Fakt ist... Ja, in Hundejahren. Du riechst halt streng. Ich riech streng? Ja. Wieso riech ich streng? Ja, keine Ahnung. Vielleicht duschst du zu wenig. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe doch gar keine Dusche, Mann. Ja, eben. Ich verstehe dein scheiß Problem gerade nicht, Mann. Ich habe ja auch kein Problem. Ich sage nur, dass du mir füllst. Das ist doch kein Grund, mich direkt hier so anzugehen und so. Das ist doch nicht schlimm. Ich meine, soll ich sagen, lieber du Stinker? Jetzt reicht es aber langsam mal. Ich frage doch nur, was ist dir lieber? Dass du mich einfach in Ruhe lässt und nicht beleidigst, Mann. Ja, ich meine das doch nicht. Beans, du bist doch... Du bist mein bester Freund, weißt du? Und, und... Ach, jetzt auf einmal. Ich dachte, der andere Typ ist dein bester Freund. Du redest von Lamy? Ist das dein Ernst? Ja. Jetzt wird mal nicht trollig. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast doch vorhin gesagt, er ist dein bester Freund. Ich habe gesagt, er war früher mal mein bester Freund. Und ist mir so in den Rücken gefallen. Und deswegen ist er jetzt alles andere als mein bester Freund. Ja, aber bestimmt werdet ihr wieder beste Freunde und dann bin ich wieder... Das ist eine absolute Frechheit, dass du sowas behauptest. Hier, jetzt rauch erst mal. Ja, du hast recht. Ich bin schon fast wieder nüchtern. Ich bin schon fast wieder nüchtern, deswegen war ich zu aggressiv, Mann. Sorry, ey. Das tut mir auch leid. Aber das gehört zu Freunden dazu, weißt du? Ein bisschen Stinkern, aber das ist auch gut. Jetzt nennst du mich schon wieder Stinker, oder was? Stinkern, das heißt ärgern. Ach so. Ja. Hast du auch immer so einen Brand, nachdem du gekifft hast, ey? Boah. Ja. Aber das schmeckt sogar Wasser wie Honig, ja. Wasser wie Honig. Ja. Hast du... Hast du noch... Was habe ich? Wasser oder so. Ja. Willst du was haben? Ich hätte dir sonst noch eine Flasche gegeben. Ja, nehme ich. Ja, gebe ich dir gleich. Ich muss jetzt mal aufrauchen. Wow. Aber ich sag mal so, wenn's mir... Wenn's mir nicht mehr so gut geht, dann ruf ich einfach den Helikopter nochmal an. Ich will auch bei Helikoptern fliegen. Ja, ich auch. Die nehmen mich nie mit. Das ist richtig blöd. Die kommen extra für mich und dann fliegen sie wieder weg ohne mich. Das ist ne Frechheit. Ja. Absolute Dreistigkeit ist das. Ja. Das ist Harald ja Helikopter. Was ist denn? Helikopter? Ja. Die ist auch so dreist und frech. Wie ein Helikopter? Ja. Ja, Helikopter sind wirklich frech. Oh, herrlich. Und los. Ja, ja. Ähm. Ich bin ein bisschen frustriert, Mann. Warum? Ich hab hier über ne Stunde geangelt und fahr jetzt wieder zurück, ohne dass ich was mitnehme. Ja, aber das ist Angeln. Das gehört dazu. Ja, wie soll ich denn so Geld verdienen, Mann? Ich hab heute nur Minus gemacht. Ja, dann muss man... Guck mal, andere Leute arbeiten acht Stunden am Tag. Ja, das war fast genau so viel. Das war eine Stunde. Ja, und... Ja, aber mal acht, weil ich nix gekriegt hab. Ja, aber das gehört dazu. Leider. Es war ja auch nur ein Vorschlag von mir, wenn du sie nicht gefällt, dann ist ja nicht schlimm. Dann suchen wir uns was anderes für dich. Ja. Aber ich hab mir ein paar coole Tracks ausgedacht, währenddessen. Ah! Ja. Zeig mal. Ja, das ist nur in meinem Kopf drin. Ach so, geh dann auch raus aus deinem Kopf. Okay, also stell dir vor, es ist ein krasser Beat. Und dann kommt auch eine Stimme mit Echo. Kannst du dir das auch mal genau vorstellen, wie sich das anhört? Ja, ich versuch's. Und die Stimme sagt... Rausch des Meeres. Und das wiederholt die Stimme einfach die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Ja. Das ist ja das beste Ding, was ich je gehört hab. Ja, du hast es ja auch noch gar nicht gehört, man. Ich kann's mir aber gerade vorstellen. Pass auf, ich mach auch mal was an. Ich hab hier die Kassette gerade drin. Ah! So, das war der... das war das Gaspedal. Ähm... Ist das eigentlich das Auto, was verloren gegangen ist? Ne, das ist mein Kirchenauto. Ich mach das an, ja? Das wirklich ganz herrlich ist das. Okay. Warte, bist du das? Kalle ist mein Name, Pater nur der Titel. Ich singe hier mit Eros, denn mir liegt das auf der Seele. Und zwar geht es hier um euch, die Sprösslinge da draußen. Oh, keine Angst, ich würd euch ganz bestimmt auch nix verkaufen. Im Gegenteil, ich würd euch heute etwas schenken. Denn jeder Mensch verdient es, ein Leben selbst steckt. Und deshalb kommt auch gern vorbei. Ein Morningwood geht ab. Denn dort findet jeden Mittwoch meine Kirchenmesse statt. Mit Themen. Ihr bringt dein Herz zum Beben. Ditzmedel! Wenn du wirklich gehst, also worauf wartest du? Komm und setz dich rein. Genieße die Community, weil jeder dort nur wein. Du hast Angst, du bist ein gänzlich Stummer. Ditzmedel! Ditzmedel! Der Medfragen gefühlt wird, nicht jeder muss hier stehen. Deshalb werde ich mir aufgezeigt, nur für dich nehmen. Oh, das ist so anstrengend. Ditzmedel! Ditzmedel! Seit doch noch noch was! Mein Name ist Eros, ich bin noch Gute Liebe. Wenn suchst du wahre Liebe, dann bedien dich bei der Ziege. Und wenn es dann brennt, untenrum, dann ist es schade, aber diesmal ist der Grund tatsächlich gar nicht der Geddes. Komm vorbei, Pascal, nimm doch an die Hand und leg doch ein Schluch in Schmau. Das schmeckt interessant. Und wenn du in mich glaubst, dann glaube doch den Griechen. Er immer hoch in der Morningwood Kirche! Wir бойsen! Bist du schon vorbei? hier ist es nicht herrlich das habe ich selbst gemacht da war ja der portugiese mit drin mann ist sicher wo ist denn der eigentlich ich glaube der ist nach hause gefahren ich wollte ihn eigentlich entführen und foltern ich bin gerade dabei bis nach hause zu fahren willst du mit wir fahren gleich bei der kirche vorbei aber ich wohne noch gar nicht hier fällt mir gerade mal so auf wo fährst du reden waren was hast du gesagt ja deswegen frage ich ja wo soll ich dich abholen heute waren station ja also ich bin jetzt genau in der ecke wo wir heute standen ich bin jetzt vom stadtpark südlich richtung osten ich bin exakt an der ecke wurde von weg gegangen ist jetzt gerade an der busseite stelle in der busseite stelle richtung stadtpark das ist voll kompliziert so viel zum thema heute geht nur bis zehn uhr ne ich glaube wir sind hier noch eine stunde mehr pwärts so weiter geht ja so ich fahr jetzt richtung stadtpark ich sehe dich aber wo bist du heiß ist doch das ende eigentlich immer links hallo 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 auf geht's wohl zure dink ich sage ja ich wollte bis gerade nach hause bringen dann bin ich ja noch zur kirche ja kein problem frage vorbei Ja. Ja, jetzt hatte ich vorhin gar nicht die Möglichkeit, euch mal miteinander vorzustellen, weil da war Nutzi auch dabei. Aber ja, Kisaya, das ist der Beans, von dem ich dir erzählt habe, ja? Hi. Ja. Wir hatten doch schon das Weikmögen, oder? Ja, doch schon, ja. Ja, aber es ist nicht unter vier Augen. Oder sechs oder so. Da waren wir acht Augen. Also ich habe zwei. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, Kisaya ist ein Mitarbeiter von der Kirche, von mir, der hilft mir sehr. Und das ist der Beans, ein sehr guter Freund von mir. Und wir kennen uns schon sehr lange. Und ja, ich finde... Das ist der Pascal, der ist der Mensch mit der Macht. Nee, ich weiß auch nicht irgendwas mit Jesus oder so. Keine Ahnung, was du machst, man. Ach so, wir haben mit Jesus Christus. Was dem Erlöser nicht wahr. Ja, genau. Jesus ist bei uns und so. Keine Ahnung. Oder war das ohne Jesus? Was war das nochmal irgendwas mit Schlägerei, oder? Nö, das war Harald. Ach ja. Panta schmeißt mich doch zu Hause raus, ja? Ich würde sagen, kein Problem. Ja, ich fahre ihn jetzt kurz nach Hause und dann habe ich den Termin für einen Exorzismus. Da muss ich hin. Na, dann kannst du mich wieder einsammeln. Ja, alles klar. Ist okay auf der Seite hier, ja, ne? Ja, das passt. Dann bis später. Ja, ja. Tschö. Schönen Abend, ciao. Eieieiei. Ich glaube, ich habe mich komplett blamiert, oder? Ein bisschen, aber macht ja nichts. Ich habe schon wieder vergessen, was du machst, man. Du machst irgendwie 200 Sachen und dann darf ich das mit der Sekte nicht... Ähm, ich glaube, der Exorzismus geht hier schon los, hast du das auch gesehen? Nee. Also das Auto hat auf jeden Fall Exorzismus nötig, ist egal. Ach so. Ja. Ja, jetzt kümmere ich mich drum. Ja. Viel zu lang, da. Ja, da lang. Ja, auf jeden Fall, äh, Dickie Seier. Ja. Hab ich dir ja schon mal gesagt? Ja. Dickie Seier ist einer meiner engsten Vertrauten. Ja, das... Du wiederholst dich die ganze Zeit, aber ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Das hat ein... Ein... Ein Mitarbeiter von mir. Und jemand, der mir sehr, sehr hilft, ja. In vielen Dingen. Okay. In welchen Dingen? In vielen. Also nicht nur arbeitstechnisch, ja. Weißt du, wen ich bin hier vergangen. Wäschst du dich auch? Wollt du mich wäscht? Ja. Das krieg ich noch eine Leidung. Ich weiß doch nicht, mit 120 Jahren hat man vielleicht die erste Pflegestufe oder so. Die vierte, aber... Nee, das krieg ich trotzdem noch hin. Auf jeden Fall. Du hast die vierte Pflegestufe und du kannst dich noch waschen? Also Respekt, Mann. Ja, also... Ich bin nämlich auch ausgewildeter Pfleger. Was ist das für die 18? Oder was? Nein. Na ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich sich sehr, sehr wichtig, ja. Ja. Dass du niemandem davon erzählst, dass der Gesai und ich uns überhaupt kennen. Ja, ich... Ich erzähle einfach niemandem gar nichts mehr, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich überhaupt noch erzählen darf, Mann. Für dich ist wichtig zu wissen, dass wir beide, du und ich, die haben uns damals ein Boot gebaut. Wir haben uns ein Boot gebaut? Ja, du und ich haben uns ein Boot gebaut, als Metapher. Und dieses Boot war... Wo ist das Boot? Es gibt kein Boot, wie hieß es. Ja, aber ich muss doch denen sagen, wo das Boot ist, wenn die fragen. Es gibt kein Boot. Hä? Ein metaphorisches Boot, das unser Vertrauen darstellt. Da waren wir beide drin. Schwimmt das im Wasser? Ja, es schwimmt im Wasser. Okay. Es kann aber auch über die Wolken schweben. Auf jeden Fall saßen wir da drin. Boah, krass, ey. Officer Nottingham saß da drin. Und Captain Kanada. Ist das so ein Flugzeug, so ein Wasserflugzeug? Ja, ein Wasserflugzeug, genau. Auf jeden Fall saßen da zwei Leute drin. Und das waren Captain Kanada und Officer Nottingham. Ja. Weil die Wellen des Meeres sind so groß geworden und unübersichtlich, dass wir eine Crew brauchen. Ja, aber warum fliegen wir nicht einfach los? Das ist doch immer ein Wasserflugzeug. Das ist zu stürmisch. Okay. Auf jeden Fall haben wir unser Boot jetzt größer gemacht. Aha. Aber du warst jetzt lange irgendwie nicht erreichbar. Mit Holz? Und in diesem Boot sitzt jetzt auch der Kisaya. Oder wie haben wir es vergrößert? Ja, mit Holz. Also wir haben jetzt an das Wasserflugzeug Holz gemacht? Haben wir gemacht. Das ist aber nicht sehr schlau. Ist nicht schlau, aber es ist wichtig. Aber das fällt doch sofort wieder auseinander. Okay, wir Taffern bringen hier uns nicht weiter. Captain Rex. Auf jeden Fall. Ja, ich muss doch wissen, was ich den Leuten erzähle, wenn die mich fragen, Mann. Wenn die mich foltern oder so. Du sagst denen gar nichts. Ja, aber warum sagst du mir dann, was ich denen sagen soll, wenn ich eh nichts sagen soll? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist für dich jetzt eine Info. Doch, du hast gesagt, sag denen unbedingt, dass unsere Freundschaft ein Boot ist. Nein. Und dann habe ich gefragt, ob das ein Wasserflugzeug ist. Und dann hast du gesagt, da ist Holz dran. Du und ich. Niemand weiß, dass wir uns kennen. Niemand weiß, dass wir befreundet sind. Genauso mit Keziah und genauso mit Gordo. Ja, aber die alle von LS Taxi wissen noch, dass wir ein fliegendes Boot haben. Nein, das wissen die nicht. Woher sollen die das wissen? Ja, weil wir immer zusammen rumgelaufen sind. Ja, vor fünf, sechs Jahren war das. Ja, so lange schon her? Ja. Da bist du ja schon fast 130, Mann. Ich wäre dann 75. Egal. Ja. Für dich ist nur wichtig zu wissen, der Keziah ist einer von uns. Ja. Okay. Aber er kennt dich noch nicht. Und das vertrauen muss er, der ist aufgebaut werden. Ja, okay, von mir aus. Genauso wie der Gord und die Luzi, ja? Ja. Und die Abuela. Aber die hat mir mal schon was zum Geburtstag geschenkt. Ja, natürlich. Und wenn du nächste Woche wieder Geburtstag hast, bekommst du wieder was geschenkt. Ja, cool, Mann. Solltest du vielleicht nicht Luzi sagen. Nee. Aber meinst du, die schenken mir dann nochmal was? Na, ich glaube, die denkt dann, du hast die angenommen. Meinst du? Ja, natürlich. Aber vielleicht merkt die das ja gar nicht. Vielleicht vergisst du das ja einfach wieder. Ja. Nein, die Luzi ist eine sehr schlaue, tatsächlich. Sie hat ja auch recht mit dem Fisch. Sie hat gesagt, ich soll den Fisch nicht aufschlitzen. Und dann habe ich das trotzdem gemacht. Und jetzt habe ich gar keinen Fisch. Na ja. Wie gesagt. Für dich ist es wichtig zu wissen, ja. Das Boot ist größer geworden, in dem wir uns befinden. Mit Holz. Ja, mit Holz. Und... Was machen wir denn, wenn Lava vom Himmel regnet? Dann bauen wir ein Dach. Aus Holz? Nee, aus... ...Mahagoni-Leder. Ab, äh? Hast du mal gehabt, Mahagoni, ein Tier? Nee, das ist ein Holz. Und was ist dann Mahagoni-Leder? Das ist, äh... Ne, man nimmt das Holz und spannte Ameisenknie-Leder drüber. Aha. Und dann ist er stabil. Ja, ja, das weiß doch jeder. Ja, sorry, sehe ich so aus wie Mahagoni-Holz-Ameisen-Knie-Leder-Verkäufer oder was? Nee, aber... Ich werde dir jetzt auch nicht erwartet, dass du dich mit Fischen so auskennst, von daher. Ja, doch. Ich habe Fischologie studiert. Ja, das weiß ich ja. Ja. Also vielleicht, vielleicht ja auch Holz... Holz... Nee. Aber ich... Ich war mal Holzhacker. So. Oh, brauchst du noch irgendwas? Ja. Ja, was? Hast du noch einen Dübel für mich? Nein, das war mein letzter. Ach, scheiße, Mann. Okay. Ich hoffe, ich habe noch was im Zelt, Mann. Ja, meld dich einfach gerne bei mir. Ja, ich... Es ist wirklich wichtig, dass ihr euch alle mal kennenlernt. Ja, bist du morgen da? Natürlich. Okay, dann muss ich morgen, Mann. Bis morgen, Dienz. Ciao, Mann. Danke fürs Fahren. Sehr gerne. Tschüss. Oh, mit wie gar nicht. Das Bien... 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 Gleichnis von keinem Fisch. Muss gleich in die Bah... Mahavi... Blablabla, Alter. Ich kann nicht mehr reden. Mahavi-Bibel. Ja, wenn... Wenn Bienz der Jesus der Mahavi-Kirche ist, was durchaus sein kann, dann weiß ich schon den Titel für mein nächstes Buch. So, dann laufen wir mal in Windeseile nach Hause. Oder Löwchen Jona übrigens. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber... Grüß Gott, mein Sohn. Mein Sohn sei gegrüßt. Jesus ist bei uns. Jesus ist mit uns allen. Say no to Los Santos Landfill in Blaine County und so weiter. Die Bibel 2 jetzt erst recht. Nee, ich würde es Beansbill nennen einfach. Beansbill passt eigentlich ganz gut. Eigentlich kann man wirklich eine Beansbill rausgeben und einfach die Bären-Geschichten da reinschreiben und so, ne? Ey, liebe Verläge, schreibt mich an. Ich mache euch das fertig. Kein Problem. Ah, gut. Und seht... Ach nee, warte. Müssen wir anders machen. Und seht, er ging zu seinem Zelt und dort war ein großer Dübel. Diesen entzündete er. Und von Weitem sah er einen brennenden Busch, der dann aus war und eine Tankstelle entzündete. Ja. Weil die Fortsetzung folgt. Aus dem Kabeljau macht... Er teilte den Kabeljau und bekam nichts. Oh, ich hätte den Kabeljau einfach behalten sollen. Ey, dann hätte ich da wenigstens mit rumflexen können hier. So nach dem Motto. Hier. Bruder, ich habe Kabeljau gefangen. Geile Sache einfach. Oh, nee, ey. Am ersten Tage, sagte er... Gott, gib mal Feuer. Und es war Licht. Hast du mal eine Kippel? Ja, also wer würde von euch die Beans bekaufen? Einfach mal so in den Raum gefragt. Hätte ich schon ein paar Abnehmer. Ich meine, am Ende könnt ihr euch da auch religiös darauf stützen, wenn ihr irgendwelche Verbrechen begehen wollt oder so. Kreuzzüge oder... Keine Ahnung. Wenn ihr Messdiener haben wollt, die... Weiß ich auch nicht. Können wir dann alles auf die... Also nicht auf mich, ne? Immer noch aufs Buch. Ich will ja nichts mehr zu tun haben. Und er war dicht. Ich hoffe echt, wir haben noch Gras im Zelt, ey. Wenn der arme Mann nichts mehr zu rauchen hat. Ich finde es aber auch schön, dass Beans mittlerweile einfach offen mit der Brechstange hier durch die Gegend läuft. Weil am Ende können wir uns einfach rausquatschen, so, ne? Fällt schon... Mir fällt schon irgendwas ein. Ich sehe jetzt schon die penetranten Werbeflyer im Postkasten. Ja, ich... Also ich rekrutiere dann auch. Ihr müsst dann immer mit dem... Mit der Beans Bill im Prinzip von Tür zu Tür laufen und die Leute bekehren. Das wäre... Schön. Was wäre seine 10 Gebote? Erstes Gebot. Du sollst nicht flöten. Einfach, weil ich keine flöten mag, Mann. Zweites Gebot. Der Dübel muss rauchen. Drittes Gebot. Du sollst Mutter und Vater entleeren. Zumindest deren Brieftaschen. Viertes Gebot. Irgendwas mit Arche Noah. Fünftes Gebot. Alles, also, alles ist umsonst und so. Reicht auch. Ey, man, also ich glaube mit... Wenn Bubaz legal ist, ich glaube, wir können schon Leute bekehren, indem... Einfach, ne, so wie diese Menschen, die Tupper-Partys organisieren. Dann kriegt der Gastgeber oder die Gastgeberin was umsonst. Und so sagst du halt einfach, wenn du mir zuhörst, kriegst du halt einfach einen Dübel umsonst. Und dann laberst du die zu. Dann sind die so high, dass du denen einfach 10 Beanspillen verkaufen kannst. Easy. Refinanziert. So. Weißt du? Funktioniert? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich mag Jesus. Ja, dachte ich mir fast. Das dachte ich mir fast. Jesus. Jesus war der erste Stoner. Er war bei der Steinigung immer als erstes dabei. Ja, das war auch alles schon. Jesus ist eine wunderbare Sache. Dieser Mann läuft so langsam, das ist nicht in Worte zu fassen, ehrlich gesagt. Sechstes Gebot, du sollst für Taxifahrt nicht zahlen müssen. Ja, auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, dass meine Stimme bis morgen sich wieder regeneriert ein bisschen. Aber es wird mit jedem Tag ja besser. Von daher mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Morgen. Ich erinnere euch nochmal, was nochmal morgen passiert. Weil den Timer habt ihr gut hochgepusht wieder. Ab 14 Uhr sind wir morgen am Start. What is happening? Ist das Energie? Hä? Warum lau... Hä? Bruder, beruhig dich doch mal. Läuft doch nicht direkt so... Renn doch nicht so los. Okay. Morgen. 14 Uhr. Start. Dann erstmal hier in Ruhe ein bisschen chillen. Dann scheiße kochen. Mit einem leckeren Rezept. Boah, hab ich jetzt gedacht, Alter. Hatte ich mir jetzt hier schon in meiner Bude rumfahren. Äh, mit einem leckeren Rezept scheiße kochen. Und danach natürlich wieder GTA RP hier. Äh, ich schätze mal wieder so 17, 18 Uhr geht's dann wieder los. Und, äh, dann, äh, nicht der Wachtturm, sondern der Dübel. Äh, da fällt uns bestimmt noch ein besseres Name ein als Wachtturm. Oder Dübel. Der Schmachtturm. Schmachtturm. Findest du gut? Okay. Okay, na dann. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Jo, und alles ist auf PAPES gedruckt. Wie schlau wär das denn? Du kannst die Beans mal einfach rauchen. Wie geil wär das denn? Nur so ganz dünnes Papier. Dann reißt du dir einfach ein Stück raus und drehst dir ein. Leute, ey, das ist eine Million-Euro-Idee, ne? Die wir hier gerade haben. Lass die Scheiße erstmal egal werden. Und dann, dann, dann grätschen wir rein. Mit der Million-Euro-Idee. Ich schwör's euch. Wir werden, wir werden das... Boah, ich bin so am Schwitzen schon wieder. Wir werden das Ganze... Einfach... Warum hat mich Pascal eigentlich da hinten abgesetzt, Mann? Warum? Der weiß doch, wo ich wohne. Oh Gott, ey. Ohne dieses Fahrrad. Ich werd wahnsinnig. Ich versuch bis zum nächsten Streamen... Also gleich versuch ich noch, mein Fahrrad da wieder hin zu teleportieren. Weil... Ne. So viele Fahrrad wie heute muss ich auch noch nie in die Statistik und Liste einfügen. Ich vergesse auch, ehrlich gesagt, zwischendurch, dass du diese Statistik immer noch machst. Respekt dafür. Dass du echt alles mitschreibst, was ihr Beans umsonst kriegt. Aber ich hab auch wirklich heute keinen Dollar ausgegeben, ne? Ich hab Essen gekriegt, Trinken gekriegt, Dübel gekriegt, Fahrten gekriegt. Alles, alles einfach. Ach du meine Güte. Hallo Herr O-Lol, Scho-Lol. Bitte machen... Macht den Bubats legal, die Beanspill muss legal werden. Ja gut, die können wir jetzt schon rausbringen. Das wär ja... Also ob das jetzt technisch möglich ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, inhaltlich ist das ja einfach ein Buch, was man rausbringen kann, ne? Aber die Käufer kommen halt erst ab dem Moment richtig zur Geltung. Dann wird's... Dann wird's... Weißt du? Dann... Dann erobern wir den Markt einfach. Tja. It is... What it is. Was? Ich hab den Weg nicht so lang in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber es ist... Ey, wir brauchen echt 10 Minuten von der Straße bis zum Zelt, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich brauch das Fahrrad wieder. Aber bitte nicht lungenschädliche Tinte auf den Blättern. Nein, 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 nein. Da wird ja an sowas, wird natürlich gedacht. Wir wollen ja... Wir wollen ja unsere Lunge nicht vergiften mit solchen Sachen. Jede einzelne... Du hast jede einzelne Fahrt mitgeschrieben. Aber nicht die, die ich selber auch gemacht habe auf geliehenen Rollern, oder? Oder geliehenen Fahrzeugen. Der Weg ist jedes Mal so lang und jedes Mal wundert man sich. Ja, aber wenigstens wundern ich mich nicht nur. Ja, Würfeln haben wir leider... Ist leider irgendwie in Vergessenheit geraten, irgendwie, ne? Ist irgendwie schade. Das war schon witzig am Anfang. Aber irgendwann hat sich auch keiner mehr drauf eingelassen. Das war dann auch irgendwie frustrierend. Hat Beans jetzt eigentlich den Roller zurückgekauft? Nee. Ich hab den Schlüssel auch noch. Also ich hab mich mal wieder rausreden können. Dübel unser im Zelt. Dein Rausch komme. Deine Wirkung nicht verfehle. Wie im Auto so auf Wanderung. Unser täglich Gras gib uns heute. Und vergib uns unser Schmachotzen. Wie auch wir vergeben unseren Ticker. Was für Ticker? Steht nur Beansbill drauf. Alle Blätter leer für Tipps und Paper. Ja, wofür Inhalte produzieren, wenn der Inhalt eigentlich schon klar ist, ne? Stimmt schon eigentlich. Die Regierung, Regierung hat den Weg länger gemacht. Ja, so ist es nämlich, Mann. Verflucht Regierung, Regierung. Mika, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und danke für die coole Challenge heute. Also nicht nur an Mika, sondern an alle Mods. GTA gestern war wirklich witzig. Auch wenn es heftig frustrierend war. Weil ich immer noch nicht weiß, wer von euch da geschummelt hat. Oh, shit. Ich muss mich auch beeilen. Ich muss mal die Straßenseite weg. Sie sehen mich doch alle hier, die Leute. Ich sag mal so, Beans ist relativ einfach zu erkennen, ne? Schasch. Aber gleich haben wir es geschafft da vorne. Wir sind doch schon. Mal gucken, ob wir wieder irgendeinen Zettel vor der Tür hängen haben. Hab nicht geschummelt, bin seit Jahren auf der Insel unterwegs. Ja, aber wenn du jetzt wirklich so krass warst. Wie hast du es geschafft da immer auf den Punkt genau? Selbst ich war ja eigentlich relativ gut. Aber ihr wart ja fast immer fast punktgenau auf diesem Point da. Wie geht das? Vielleicht können wir ja nochmal GTA-Gesser, Geo-Gesser mit ein paar Leuten aus der... Oh, Junge, beruhig dich aus der IP-Bubble spielen. Jo, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. War eine sehr, sehr schöne Idee. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Hat Spaß gemacht. Ich hätte das auch noch ewig weiterspielen können. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die können wir mal machen, wenn der Server mal längerfristig ausfällt oder so. Gäbe es Geruchs-Geter, würde man ihn schon aus mehreren Kilometern orten können. Was soll das denn heißen, Mann? Willst du sagen, dass ich stinke oder was? Da. Home, sweet home. Sweet home-zelt. Ich geh da jetzt rein. Ab in mein Zelt. Aber erstmal muss ich gucken, ob ich noch Gras hab. Weil sonst haben wir morgen auf jeden Fall einen Auftrag. Und so lange werden wir das auch kritisch mit dem Geld. Muss man mal sagen. So. Habe ich das jetzt wieder abgeschlossen aus Versehen? Hier. Hoppala. So. Was ist denn mit dem Einkaufswagen? Passt ja. Warum leuchtet doch mal der Scheinwerfer? Okay, Bruder. Dann, äh. Shit, ey. Ich hab nur noch Kokain. Scheiß. Kack. Nein. Nein, 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 nein. Ja. War letztes Mal ausschauen. Okay, dann hab ich's auch mal vergessen. Ja, scheiß, kack, fuck. Koks-RP. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So. Reicht jetzt auch für heute, man. Genug gemacht, ey. Geangelt und so. Das war voll anstrengend, ey. Und ich hab kein Euro verdient. Das kotzt mich richtig an, ey. Ich muss mich erstmal beruhigen. Okay, meine Damen und Herren. Das war's wieder für diese Runde GTA-RP. Wir sehen uns dann morgen wieder. In the next round. Oder wenn das VOD gerade im Premiere guckt, dann gleich. Weil dann passiert hat nämlich. Hier auf Twitch. Oder halt auf YouTube. In der nächsten VOD. Ich sag schon mal, Kuss auf den Knuss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssikowski.